Hi, kann man mit dir mal diskutieren? Wer bist du denn, mein Jutster? Er ist so linksgrün woke. Oh, shit. Wenn du dann trotzdem raushaust, die Erde könnte aber flach sein und vielleicht haben die Eliten uns alle angelogen und hackt, um uns einzutrichtern, dann ist das natürlich gefährlich. Ja, ja, ja. Irgendwie fangefährlich? Wem schadet man damit quasi? Willst du nichts zu sagen? Weiß ich nicht. Du bist doch ein Mann. Trau dich. Leon. Was, Bruder? So ein paar sehr rechte Dullis, wie zum Beispiel so ein Ketzer der Neuzeit bei dir da auftaucht. Nicht beleidigen, aber nicht beleidigen, Bro. Ketzer der Neuzeit. Der Leo, das ist eigentlich ein ganz lieber Sohn. Aber wir sind doch tolerant, oder nicht? Glaubst du, dass Leo ein Nazi ist? Ja, klar. Corona kommt um die Ecke. Die schränken das Grundgesetz ein. Die sagen, ihr müsst euch einsperren, ihr müsst euch impfen lassen. Und ich sage, nee, da mache ich nicht mit. Und ich gehe auf eine Demo und sage, da stehe ich für auf. Und das sind auch Nazis. Bin ich dann ein Nazi? Nicht direkt, ne? Dann sage ich, für mich ist natürlich, als Mann Sex mit einer Frau haben zu wollen. Dann sagst du, ey, das ist ein Nazi. Holocaust. Der will, dass Transmenschen in irgendwelche Lager gesteckt werden und so. Ja, dann habe ich nur gesagt. Ich liebe euch alle, egal ob ich was oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Hi, kann man mit dir mal diskutieren. Wer bist du denn, mein Jutscher? Der Dars, der Ders, oder wie heißt du? Könnte man mal machen, ja? Machst du auch Twitch, oder was? Du hast so einen Haken neben deinem Namen. Ich bin der Dera. Schön, dich kennenzulernen. Dera oder Dara? Dara. Dara hat den Mann, Alter. Was geht ab, Bro? Chat, kennt den einer von euch? Den kennt man. Sollen wir jetzt kurz quatschen? Aber eigentlich wollte ich jetzt hier nur ein, zwei kurze Reactions durchziehen und dann einen Dampfer machen wieder, weißt du? Dara ist korrekt. Gespräch wäre echt nice. Könnte interessant werden. Dara ist stabil. Das ist jetzt seine Community wahrscheinlich, ne? Quatschen, Ausrufezeichen. Oh shit, jetzt wollen sie alle quatschen. Komm mal in den Discord rein, mein Jutscher. Aber ich kann mir vorstellen, dass das jetzt bestimmt ein... Was ist das jetzt für ein Charakter? Ist wieder einer, der versucht mich irgendwie, denkst du? Wahrscheinlich, ne? Der ist so linksgrün woke. Oh shit. Ja, der versucht. Okay, 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 okay. Okay. Warte kurz. Ich muss kurz ein bisschen heiliges Holz anmachen. Ich muss mich spirituell auf den Talk vorbereiten jetzt hier. Extrem wokey. Oh shit. Okay, wo bist du, Cousin? Wir warten auf dich. Ich muss in meine Mitte zurückkommen. Ihr wisst, manchmal bei solchen Diskussionen kommt immer auf den Vibe an, kommt immer auf den Mut an. So, weißt du? So, yo. Hallo? Grüße dich. Tagchen. Na, alles gut? Ja. Mir geht's gut. Ich hab heute schon, boah, nechsteinhalb Stunden gestreamt circa. Oh shit. Kannst du die Cam anmachen vielleicht, Bro? Bald bin ich ja auch im Bett. Ja, ich hab hier eben von meinen Zuschauern gesagt bekommen, du gehst on. Ich wusste letztens noch gar nicht, dass du überhaupt auf Twitch bist. Kannst du die Kamera anmachen vielleicht, Bro? Ja. Dass man dich sieht. Ach so, ja. Das krieg ich im Moment. Einfach unten auf die Cam einmal draufdrücken. Kamera anschalten. Yes. Da ist er doch. Was geht da? Abstauber HD 123 Tipp 10 Euro. Grüße dich. Alles fein. Bruder, hast du das Attentat auf Trump mitbekommen? Ich hab grad kurz ein TTS reinbekommen. Ich glaub, ich blende dich jetzt auch noch ein. Blende mich mal ein hier. Die sollen keinen Schock bekommen, ne? Ich bin in Mexiko. Es ist brutal heiß gerade. Wir haben 90% Luftfeuchtigkeit. Deswegen hab ich kein T-Shirt an, Freunde. Seid nicht schockiert. Erlaubt. Also, ich bin für Freiheit und deshalb ist mir egal, wie du da sitzt. Feier ich, Alter. Krass. Das im Hintergrund ist doch der Typ von X-Faktor, ne? Das ist der Typ von X-Faktor. Das ist Jonathan Frakes. Der schaut hier immer, dass ich auch Ja, die Wahrheit sage. Oh, shit. Nice. Cool, Alter. Wie ist dein Name? Ist dein echter Name Dara? Mein echter Name ist tatsächlich Dara. Das ist falsch. Was bist du für ein Name? Türke? Iraner? Mein Vater kommt aus der Türkei. Aber ich bin in Deutschland geboren. Nice. Nice, 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 nice. Und wie kommst du auf mich? Also, woher kennst du mich? Ähm, also ich? Warte mal, ich muss hier kurz nebenbei versuchen, die Kamera einzustellen. So, jetzt hab ich dich hier direkt. Tatsächlich. Ja, also, weiß nicht was. Auf YouTube hast du ja tatsächlich eine, boah, ganz, ganz eine Reichweite, die sich sehen lassen kann. Und natürlich, äh, kenn ich dich da auch oder bin da mal über dich gestolpert. Ja. Und, äh, ja, hast halt auch, glaub ich, ein Format, wo du Diskussionen führst mit recht streitbaren Persönlichkeiten. Oder nicht Diskutoren, sondern du lädst ja einfach zu Talks ein. Ja. Ja. Meinst du so, meinst du mit, mit Andreas Popp, etc., Bela schon so diese Sachen? Oder? Ja, ich hab davon super wenig gesehen. Ich hab da auch nur mal rüber gestrollt und dann, äh, na, sind da auch so Leute wie Ketzer der Neuzeit oder so. Ja, genau. boah, das ist natürlich dann das Who is Who. Eigentlich würde man sagen, so aus der Schwurbelszene, ne? Schwurbelszene, oha. Und man sagt so, okay, pass auf hier, da glauben wir an die Eliten, die sind da im Hintergrund und die machen grad die Kinder schwul oder so. Kannst du mir kurz erläutern, was Schwurbelszene bedeutet, also was sind da so die, was ist für dich die Definition von der Schwurbelszene? Ich bin immer, ich bin immer, ich bin immer vorsichtig mit so Labels, so alle Leute in eine Szene reinzustecken, weil wir sind ja schon auch alle noch irgendwo ein bisschen unterschiedlich und haben auch andere Ansichten teilweise, so weißt du. Das glaub ich, das glaub ich, ja. Das seh ich auch, ne? Ich schau mir das auch mal sehr, sehr genau an und sehr differenziert und, ähm, aus meiner Sicht ist dann die, also, die Schwurbelszene ist für mich oder schwurbeln, das machen, wups, ist hier weg. So. Das tun, äh, Menschen aus meiner Sicht, wenn sie dann Probleme, die es irgendwo gibt, runterbrechen meistens auf, da gibt es diese eine Verschwörung und die verursacht das. Hm. Und wenn die weg wären, dann wäre alles besser und alles gut. Okay. Da glaub ich jetzt nicht, das heißt, wenn der eine mal sagt, weißt du was, bei dem einen Putsch irgendwo in Südamerika, da steckte die CIA dahinter, dann ist das auch irgendwo eine Verschwörung. Ja. Und das ist auch sehr glaubwürdig und da gibt es dann auch meistens Beweise für. Nur in der Regel eine Person, die sowas aufdeckt beziehungsweise dann auch anprangert, die schließt nicht daraus unbedingt, dass alle Probleme der Welt davon kommen. Ja. Sondern, das ist halt in der Welt mal passiert, weil es gibt selbstverständlich Verschwörungen. Ja. Aber, dass alle Probleme der Welt von einer Verschwörung kommen oder von eben so verschwörerischen Verhalten irgendwo in bestimmten Zirkeln und so, das ist dann meistens sehr weit hergeholt. Okay, okay, okay. Aber das fühle ich auch. Aber natürlich eine sehr einfache Erklärung für die Geschehnisse in der Welt und dann auch sehr attraktiv für den einen oder anderen. Ja, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Also, ich sehe das aber differenzierter auf jeden Fall. Also, ich versuche mich mit Themen einzeln auseinanderzusetzen und dann zu gucken, was könnte da der Ursprung sein oder wer könnte dafür verantwortlich sein. Und ich denke, das sind verschiedene Charaktere oft involviert, weißt du. Also, es ist nicht alles immer auf drei Menschen zurückzuführen, wie manche das vielleicht sagen oder so. Aber ich glaube, also, die meisten Leute, die ich kenne, die gehen halt auch relativ differenziert daran. Was ich immer schwierig finde, ist, wenn jemand, der, also was ich auch in der heutigen Welt sehe, ist, dass jemand, der einfach nur anfängt, mal Fragen zu stellen, schon dann direkt als Schwurbler abgestempelt wird und als Verschwörungstheoretiker und als, dann sogar oft als Nazi oder was auch immer, nur weil er mal ein paar Fragen gestellt hat und sich sagt, ey, ich fange mal an, Dinge zu hinterfragen. So, weißt du. Bist du denn generell jemand, der auch dagegen ist, dass man Dinge hinterfragt, oder? Nein, würde ich auch den ganzen Tag tun. Okay, okay. Finde ich sogar sehr gut, wenn das Menschen machen. So, okay, 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 okay. Und du würdest mich jetzt aber auch als Schwurbler bezeichnen, höre ich ein bisschen raus, ne? Oder? So von dem, was du gesehen hast bis jetzt. Ich denke nicht dafür zu schlecht. Aber vielleicht können wir das halt, ich sag mal, ändern. Ich weiß, okay, gut, wenn ich mir dann den Kanal anschaue, ein bisschen das Ganze überfliege, dann sehe ich da irgendwas mit Aliens, dann sehe ich da irgendwas mit dem Nordpol, da gibt es irgendwelche komischen Sachen, vielleicht auch ist die Erde irgendwie flach oder so und das sind natürlich so Sachen, wo ich mir denke, ja, das ist schon tief drin. Ja. Aber vielleicht hast du auch Spaß dran, vielleicht ist es auch irgendwie ein Hobby. Manche Leute, die laden das auch so ein bisschen. Also die sind so eher, die sehen das Ganze als, hm, ne, wirklich, wie so ein Hobby, man schauspielert das so ein bisschen. Okay. Und dann gibt es natürlich dann noch die, die das so, ich sag mal, ne, wenn man da natürlich dann die bestimmten Personen hat, die man sich dann da holt, Leute aus, Prominente aus der Querdenker-Szene oder so was, die dann sagen, ja, das Impfen, das ist irgendwie doof und so. Das ist dann natürlich, ich sag mal, irgendwo hat das dann wieder politischen Einfluss, der vielleicht nicht so ganz positiv ist. Mhm. Aber du kommst drauf an, aus welcher Sicht man drauf guckt, ne, was positiv oder negativ ist, hat ja jeder eine andere Sicht auf jeden Fall. Und zu diesen ganzen Themen, die du eben angesprochen hast, mit Erde flach oder Antarktis etc. Das ist halt, du hast es halt überflogen und ich kann das auch nachvollziehen, wenn du die Thumbnails und die Titel dir mal reinziehst, so, dann denkst du halt, oh shit, das ist halt crazy, so. Man müsste halt aber auch dann das Video anschauen, um wirklich zu wissen, was dann, was ich dann quasi dazu sage, so, weißt du. Und bei vielen Themen bin ich halt auch, also ich bin, ich bin so einer, ich gucke mir das gerne an, du hast schon recht, das macht schon, es ist, es macht mir schon auch Spaß, weißt du, da ist schon auch ein Spaßfaktor mit dabei, aber ich versuche trotzdem immer ehrlich darauf zu reagieren und nicht zu Schauspielern und irgendwas zu faken, so extra extrem irgendwelche Sachen zu sagen, damit das irgendwie viral geht oder so, sondern ich gucke mir das an und versuche dann wirklich meinen eigenen Menschenverstand anzustellen und so auf mein Herz ein bisschen auch zu hören und zu einfach so rauszufinden, okay, was könnte da dran sein, könnte da irgendwas da dran sein, könnte nichts dran sein und versuche halt so neutral wie möglich an die Themen immer ranzugehen und ich finde das halt nicht schlimm, weißt du, weil manche Leute sagen auch, dass es gefährlich ist, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen und man sollte das gar nicht machen dürfen und so und das finde ich eigentlich gefährlicher, als sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen und sich seine eigene Meinung zu bilden, so, weißt du, ich finde es eigentlich gefährlicher, wenn man Menschen quasi beibringen möchte, dass sie sich nicht ein eigenes Bild über gewisse Themen machen können, sondern dass die einfach hören und vertrauen und nicht hinterfragen, so, das sehe ich eigentlich als gefährlicher, weißt du? Ich glaube, dass da niemand sagt, du sollst dich nicht damit befassen, sondern du sollst bestimmte Sachen dazu nicht raushauen, in die Welt setzen, weil das eben Menschen glauben können. Das ist, das ist, glaube ich, eher das, was da Menschen kritisieren würden, weil du kannst selbstverständlich dir anschauen, ob die Erde jetzt flach ist oder nicht, aber am Ende ist es, also, wenn du natürlich nach der Logik und der Wissenschaft gehst, wird die Erde nicht flach sein, sondern wird rund sein und dann, wenn du dann trotzdem raushaust, die Erde könnte aber flach sein und vielleicht haben die Eliten uns alle angelogen und vielleicht hat die Regierung da irgendeinen Plan ausgeheckt, um uns einzutrichtern, dass die Erde doch flach ist beziehungsweise dass die Erde rund ist, haben sie uns gesagt und in Wirklichkeit ist sie flach und daraus können wir schließen, dass die Regierung generell immer lügt und wir nichts mehr glauben sollen, dann ist das natürlich gefährlich. Ja, 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 inwiefern gefährlich? Wem schadet man damit quasi? Naja, wir haben demokratische Institutionen unserer Gesellschaft, wenn diese haben nun mal eine Leistung, die sie für uns erfüllen, also wir profitieren von sehr vielen Organisationsstrukturen, die wir aufgebaut haben, das sind natürlich dann Sicherheitsstrukturen wie zum Beispiel Polizei und Militär, wir haben ein Bildungssystem, wir haben wissenschaftliche Institutionen, die uns zum Beispiel sagen können, ob Medikamente wirken oder eben nicht oder eben wie wir als Gesellschaft mit bestimmten Problemen umgehen können und wenn wir diesen ganzen Institutionen dann nicht mehr glauben und immer nur gegen diese gehen, dann haben wir erst recht irgendwann ein riesengroßes Problem in unserer Gesellschaft, weil wir dann gar keine positiven, keine nützlichen Institutionen mehr aufbauen können, weil ständig wir immer glauben, die sind irgendwie jetzt böse. Also das heißt, du glaubst jemand, der sagt, ich zum Beispiel, ich sage nicht, dass die Erde flach ist, nur um das einmal hier klar zu machen, auch für deine Community, dass die Bescheid wissen, weil das ist so ein Narrativ, was so gespreadet wird über mich. Ich sage, die Erde ist eher so eiförmig. Okay, okay, gut, gut. Ich glaube halt an die Emo-Verschwörung. Ich glaube, das ist so eine Gruppe von so Emus, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, die haben dir mal einen Krieg gegen Emus geführt, ich glaube, die Emus, die sind irgendwo noch im Erdkern und kontrollieren die Erde. Okay, krass. Aber ich persönlich, du trollst jetzt gerade, oder? Ein bisschen, ja. Ich zum Beispiel habe nie gesagt, dass die Erde flach ist. Ich habe mal ein Interview geführt, wo jemand in meinem Interview, das war das erste Mal, dass ich damit konfrontiert wurde, da hat jemand in meinem Interview gesagt, der hat gesagt, weder noch, der hat jetzt nicht gesagt, Erde ist rund oder flach, der hat jetzt weder noch gesagt so und das ist auch ein riesen Meme geworden und dann haben Leute gesagt, Leon Lovelock sagt, Erde ist flach und so, ist halt einfach irgendwie so ein Narrativ geworden mittlerweile, aber ich habe nie gesagt, dass die Erde flach ist und ich glaube auch nicht, dass die Erde flach ist, aber ich glaube auch nicht, dass jemand, der sagt, ich weiß die Form der Erde nicht, dass der automatisch allen Institutionen wie Polizei oder anderen Sachen oder anderen Institutionen nicht mehr vertraut, so weißt wie ich meine. das, was ich sage. Hat sich ein bisschen so angehört gerade, dass die Leute, die sagen, dass ich nicht weiß, wie die Form der Erde ist, dass die automatisch dann irgendwelche ganz verrückten Leute sind, die niemandem mehr vertrauen und mit Verfolgungswahn zu Hause sitzen im dunklen Zimmer oder so, das stimmt halt nicht. Man muss da ein bisschen gucken, so finde ich. Ja, wie ist das denn mit dir? Vertraust du unserer Regierung oder unseren Institutionen? Kommt drauf an, da muss man so explizite Fragen müsstest du mir da stellen, weißt du? Also ich bin nie so ein Typ, der sagt, ich... Also wenn es zum Beispiel um die Klimakatastrophe geht, weißt du, da hast du überall auf der Welt hast du Wissenschaftler, die das erforscht haben, die feststellen, okay, wir haben immer heißere Temperaturen auf der Erde und wir müssen mal langsam was machen und wir sehen das ja auch so in den letzten Jahren, wir haben immer mehr Flutkatastrophen, sogar in Deutschland. Wir haben natürlich Hurricanes, die es mal früher gar nicht gab in den USA. das ist jetzt inzwischen normal, dass die da pro Jahr so und so viele Hurricanes und so weiter haben. Das sind alles Phänomene, die entstehen, weil wir zu viel CO2 in die Atmosphäre blasen, dadurch sich die Erde erhitzt und eben sozusagen das natürliche Gleichgewicht auseinander gehebelt wird. So, und da müssten wir jetzt am besten als Gesellschaft was dagegen tun. Also ich bin kein Wissenschaftler, ich kann dir das, also ich bin da jetzt nicht so krass im Thema, dass ich dir das jetzt wissenschaftlich aufarbeiten kann. Was ich halt weiß ist, dass auf jeden Fall wir Menschen der Natur nicht gut tun. Also ich bin einer, ich bin ein sehr naturverbundener Mensch, deswegen lebe ich auch hier in Mexiko. Ich liebe es, ans Meer zu gehen und einfach Zeit in der Natur zu verbringen und Tiere zu beobachten etc. Und ich sehe einfach überall auf der Welt, dass wir die Natur nicht mehr so behandeln, wie wir die Natur behandeln sollten. Genauso auch Tiere, deswegen bin ich auch vegan. Und deswegen bin ich ein sehr naturverbundener Mensch, der auch sagt, dass wir Menschen auf jeden Fall gucken müssen, dass wir im Umgang mit der Natur auf jeden Fall für die Zukunft was verändern müssen. So, weißt du. Und wenn es zum Thema globale Erwärmung, das hieß ja mal früher globale Erwärmung, mittlerweile heißt es ja Klimawandel, das ist auch aus einem Grund so, weil es halt nicht so ist, dass es immer wärmer wird überall auf der Welt, sondern dass es auch Teile auf der Welt gibt, wo es kälter wird. Und deswegen, ich bin halt skeptisch bei diesem Narrativ, dass irgendwelche Leute, die mit Privatjets von A nach B fliegen und keine Rücksicht auf die Umwelt nehmen, uns eintrichtern sollen, eintrichtern wollen, dass wir nur noch drei Klamottenstücke pro Jahr kaufen dürfen, dass wir nur noch einmal fliegen dürfen und nie wieder Auto fahren dürfen. Ich finde das halt, ich finde das halt irgendwie nicht logisch, weißt du, es macht für mich keinen Sinn, wenn ich einfach so beobachte, wer uns versucht einzutrichtern, Klimawandel und ihr müsst euch jetzt verändern, aber wir machen die gleiche Scheiße, wie wir früher auch gemacht haben und versauen damit die Umwelt, so, weißt du. Da werde ich halt skeptisch. Aber der Entschluss ist dann, okay, Klimakatastrophe existiert nicht. Also ich bin überzeugt davon, dass das Klima sich auf der Erde schon immer verändert hat, so, seitdem es die Erde gibt, gab es extreme Schwankungen und auch ohne Einfluss des Menschen, so. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Mensch definitiv auch einen Einfluss auf das Klima hat. Die Frage ist, ob das auch in dem Maße ist, wie sie versuchen, uns das einzutrichtern und ja, ja, das ist ja nicht. Ja, aber deine Konsequenzen ist ja dann sozusagen nichts zu tun, aber du sagtest ja gerade sehr naturverbundener Mensch, also welche Klimaschutzmaßnahmen würdest du dir jetzt wünschen? Ich würde Umweltschutzmaßnahmen mir wünschen. Klimaschutz, ich mag das Wort nicht, Umweltschutz. Also zum Beispiel, was ich hier in Mexiko mache, ist halt, wir laufen öfter mal rum am Dschungel oder am Beach und sammeln halt Plastik ein, weißt du. Solche Geschichten. Dass wir halt hier rumlaufen, ein bisschen Plastik einsammeln und ich versuche halt, den Leuten beizubringen, ein größeres Bewusstsein zu haben für Mutter Natur und für Tiere und für das, wo wir leben, so quasi, weißt du. Das würde ich mir schon wünschen, auf jeden Fall, ne? Aber das war's praktisch. Wie meinst du, das war's? Also wir brauchen ja trotzdem irgendwo Gesetze zum Beispiel oder wirklich strukturelle Veränderungen, damit wir die Umwelt effektiv schützen können. Ich glaube nicht, also du sagst, jetzt sammeln wir den Plastik ein, aber wie wäre es, wenn gar nicht erst der Plastik produziert werden würde oder viel weniger davon? Ja, 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 ja. Wenn du zum Beispiel sagen, okay, Unternehmen, die Unternehmen dürfen für die und die Produkte gar nicht mehr Plastikverpackungen herstellen. Ja, da bin ich bei dir. Also ich würde auch sagen, was ich halt mir wünschen würde, ist, dass man dann an den Stellen anfasst, wo halt auch das größte Potenzial ist, so weißt du. Dem einzelnen Bürger jetzt zu verbieten, in den Urlaub zu fliegen, ich weiß nicht, ob das so viel bringt, wie wenn wir jetzt BASF zum Beispiel irgendwelche Einschränkungen machen würden, dass die nicht mehr so viel Chemie in die Umwelt reinblasen, so weißt du. Oder auch vor allen Dingen in Entwicklungsländern wie Indien oder China oder was auch immer, wo Klamotten produziert werden, da werden ja auch Tonnen von Müll und Farbsachen und Chemikalien ins Meer rein, so weißt du, solche Sachen. Ja. Weißt du. Da bin ich total bei dir. Also ich bin da auch immer eher der Freund, dass man da ans System geht und so an das Fundament des Ganzen, anstatt eben das Ganze auf das Individuum abzuwälzen, konsumier mal besser sozusagen. Ja, ja, genau. Und ich finde... Da bin ich da auch nicht so der Freund von. Natürlich, wenn man es kann, dann sollte man es tun, aber das ist auch nicht für alle Menschen gleichzeitig möglich. Ich glaube zum Beispiel, dass wenn wir jetzt alle gleichzeitig versuchen würden, so gut es geht zu konsumieren, also ohne systematische Veränderungen, dass das dazu führen würde, dass beispielsweise bestimmte Produkte im Preis extrem steigen würden, weil ja die Nachfrage dann danach viel höher wäre und dass bestimmte andere Produkte, die eher klimaschädlich sind, da würde der Preis extrem runtergehen, weil die Unternehmen versuchen würden, durch eben einen geringeren Preis wieder die Nachfrage zurückzuholen und so weiter und so fort. Deswegen braucht es da Gesetze und Regulierungen und auch systematische Veränderungen, damit eben die Menschen auch gut konsumieren können. Ich weiß, was du meinst, ja. Ich bin halt so ein Mensch-Typ, ich konzentriere mich mehr auf den Menschen und ich versuche halt bei meinen Zuschauern oder bei den Leuten, mit denen ich mich umgebe, so, ich glaube, Bewusstsein ist da der Schlüssel, weißt du, ein Bewusstsein zu bekommen für sich selber, für die Umwelt, für die Tiere, für alles um dich herum und auch wie du durchs Leben gehst, wie du konsumierst, mit welchen Leuten du dich umgibst. Diese ganzen Sachen, da einfach ein höheres Bewusstsein zu schaffen und ich glaube, umso bewusster wir Menschen sind, umso besser können wir dann im Endeffekt auch konsumieren und ich glaube halt, umso bewusster du generell wirst als Mensch, du wirst automatisch anfangen, Menschen anders zu behandeln, die Natur anders zu behandeln, Tiere anders zu behandeln, so weißt du. Ja. Ja, aber das ist ja, also da höre ich jetzt wieder raus, dass du dann doch lieber möchtest, dass die Menschen individuell sich verändern. Das ist mein Fokus. Ja, aber jetzt eben sagst du, wo ich den besten... Du würdest mir gerne wünschen, dass man eher so ans Fundament geht, das beißt sich jetzt für mich so eher... Nee, 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 nee. Die Leute sollen jetzt nicht mehr so viel fliegen. Aber was denn dann? Nee, ich hab mit Fliegen kein Problem. So. Genau, aber da sagtest du ja grad, du willst, dass die Leute ein besseres Bewusstsein haben. Ja, genau, das ist das, wo ich angreife, weißt du. Das ist das, wo ich am meisten... die sagen so, okay, ich fliege nicht mehr so viel, um die Umwelt zu schützen. Da ist die Frage, wie viel fliegen, wie viel, wie viel, wie viel, wie viel ich jetzt quasi Einfluss auf die Umwelt habe, wenn ich einmal im Jahr in Urlaub fliege, so weißt du. Ja, aber ich frag mich dann, was meinst du denn jetzt mit dem besseren... Bewusstsein? dem besseren Bewusstsein. Also was schließt sich daraus und mach ich denn dann, wenn ich das bessere Bewusstsein habe? Also ich... Also ich ernähre mich besser oder ich ernähre mich vegan zum Beispiel. Du fängst halt an, einfach deine Muster, die du seit Jahren verfolgst oder die Gewohnheiten, die du hast zu hinterfragen, so weißt du. Das ist das, was Bewusstseinssteigerung bei mir getan hat, so. Und dann fängst du automatisch an, kritischer zu hinterfragen und guckst dann und merkst auf einmal, okay, krass, das, was ich hier mache, das tut mir eigentlich im Endeffekt nicht gut, weißt du. Oder tut anderen Menschen nicht gut und ich sollte das verändern, so. Und ich fange halt beim Menschen an. Ich versuche halt erst, bei mir anzufangen. Ich glaube, das ist die größte Macht, die wir haben, ist, bei uns selbst anzufangen, das zu verändern, was wir gerne in der Welt verändert haben möchten und dann so viele Menschen wie möglich damit zu beeinflussen, so weißt du. Wenn ich beim System anfangen würde und versuchen würde, jetzt das System zu verändern oder irgendwelche Firmen zu verändern oder die Politiker zu verändern, da komme ich nicht ran, weißt du, wie ich meine. Und deswegen ist mein Weg eigentlich, mich selbst zu verändern und dann versuchen, so viele Menschen wie möglich mit zu verändern und dann einfach eine Veränderung zu schaffen in die Richtung, wo ich mir vorstelle, was eine gute Welt wäre, so weißt du. Also das heißt, das System bleibt gleich, aber innerhalb des Systems verhalten uns alle. Also ich glaube, wenn eine gewisse kritische Masse der Gesellschaft sich verändert, wird automatisch das System sich auch verändern. Ja, aber am Ende passiert das ja auch nur über jemand fordert was, das wird beschlossen, im Parlament. Also Gesetze entstehen ja nicht plötzlich einfach so, weil Menschen jetzt einfach die Idee im Kopf haben oder das Verhalten. Ja, 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 ja. Also wie gesagt, ich mache mir darüber nicht so viele Gedanken, um ehrlich zu sein. Ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht, wie ein System sich verändern müsste, damit es besser ist. Also ich habe wirklich mir zur Aufgabe gemacht, bei mir anzufangen, so mir an die eigene Nase zu fassen, mich selbst zu verändern, versuchen andere Menschen in meiner Umgebung zu verändern und ich habe das Gefühl, ich glaube halt auch an Gott und ich glaube, wenn eine gewisse kritische Masse der Menschheit sich in die Richtung verändert hat, wo ich sage, was gut wäre für die Menschheit und zwar in Richtung Liebe, dann wird sich auch das System verändern und die ganze Welt wird sich verändern und deswegen glaube ich auch zum Beispiel, dass du als Einzelner die Welt verändern kannst. so. Mhm. Aber was sind dann so, trotzdem hast du ja garantiert Veränderungen in der Gesellschaft oder irgendwie Tendenzen, wo du sagst, ey, das lehne ich ab, das möchte ich nicht. Ich jetzt persönlich? Ja. Aktuell? Ja. In der Gesellschaft, was ich kritisch sehe in der Gesellschaft, ja, 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 hundertprozentig, das ist ja auch das, was ich sage, vor allen Dingen mit Bewusstsein, was ich kritisch sehe, ist zum Beispiel der extreme exzessive Konsum von Social Media, so, weißt du? Ja. Da sage ich, das ist nicht gesund. Da sind wir auch, da bin ich total dann, also wenn ich einen Knopf hätte, um Social Media abzuschalten, ich würde den direkt drücken. Ja. Ja. Social Media ist mega schädlich, weil ich habe heute sieben Stunden oder ich sehe hier schon bei meiner Anzeige, bald habe ich sieben Stunden heute gestreamt, aber Social Media ist echt größtenteils total die Grütze. Ja, 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 das trennt dich halt vom echten Leben so ein bisschen, weißt du? So, ich habe gemerkt, ich habe mal so einen Detox gemacht und ich bin nie wieder richtig zurückgekommen. Deswegen bin ich auch eigentlich ein schlechter Influencer, weil ich müsste eigentlich, ich könnte auch so viel machen hier in Mexiko mit Storys und Posts und hier und da, aber ich habe einmal einen Detox gemacht und ich bin nie wieder so richtig da reingekommen, weil ich da zum ersten mal wieder gemerkt habe, wie geil das echte Leben eigentlich ist, so, weißt du? Wie geil es eigentlich ist, Dinge mit deinen eigenen Augen zu beobachten und das erste Mal zu sehen, anstatt direkt das Handy rauszuholen und Storys zu machen, so, weißt du? Ja. Und ich glaube, dieses ganze Social Media und dieses ganze virtuelle Weltthema trennt dich halt von der echten Welt, weißt du? Das trennt dich halt von dem, was wir eigentlich wirklich sind. Und ja, ich bin da voll bei dir, weil ich habe, also zum Beispiel, ich mache auch sehr viel Sport, ich bin Parcoursläufer, ich bin dafür Trainer im Verein auch, das ist so meine Leidenschaft und ich war immer sehr gerne draußen und bin auf irgendwelche Gebäude geklettert und habe das da mit meinen Freunden gemacht und so wirklich dieses, weißt du, ich habe mir da immer vorgestellt, ich will ein Superheld sein, ich will Superkräfte erlernen und da, ich bin nicht mehr so fit wie früher, aber weißt du so, die Saltos, den Flickflack und irgendwo drauf klettern, das kann ich bis heute noch. Das war für mich immer so ein Ausleben von irgendwie, von so wow, so ich kann was, das können andere nicht und das ist für mich so, weißt du, ich bin auch Erzieher von Beruf, das versuche ich vor allem so an Kinder und Jugendliche weiterzugeben, deswegen mache ich das im Verein und mir geht es nicht, und ich hatte zum Beispiel früher, ich habe mich immer geweigert, einen Facebook-Account zu machen, als alle Facebook hatten und irgendwann habe ich dann wegen dem Sport, da habe ich mir so einen Instagram-Account gemacht, den aber kaum bespielt, also ich habe da kaum was hochgeladen, eher nur zu Kommunikationszwecken, irgendwie gegen, also ich hatte auch super spät erst ein Smartphone, ich war immer super kritisch gegenüber Social-Media-Gedöns und dann aber wegen, weil ich dann irgendwann auch politisch aktiv geworden bin, habe ich dann nach Jahren des politischen Aktivismus so vor circa fast drei Jahren gesagt, okay, ich will jetzt auch mal irgendwas mit YouTube oder sowas machen und habe das dann angefangen und erst dadurch habe ich mich in diese Social-Media-Welt eingefunden, aber mit, also ganz vieles mache ich bis heute nicht, wirklich und bin da und wenn ich einen Knopf hätte, um Social-Media abzuschneiden, ich würde es direkt machen. Da ist auch nochmal ein Unterschied, finde ich, zwischen kreieren und konsumieren, weißt du, also das merke ich auch, wenn du kreierst, ist es auf jeden Fall nochmal was anderes, wie wenn du den ganzen Tag nur konsumierst, so. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 33. 33, ah krass, okay, gleiches Alter. Wie alt bist du? 34. Achso, okay. Gerade 34 geworden, also gerade in Anführungszeichen. Wir werden alt. Dankeschön. Auch im Juni bin ich 33. Okay, okay, okay. Ich habe mal eine Frage, weil du bist ja auch ein Mann und so, es wird ein bisschen intimer die Frage, aber wenn wir gerade bei Social-Media sind und Fake-Welt und Fake-Realität und so, auch ein Thema, mit dem ich mich beschäftige und wo ich auch durch die Bewusstseinssteigerung dann angefangen habe, damit aufzuhören, was heilst du vom Pornokonsum? Ist mir relativ egal. Also Leute sollen, also wenn, keine Ahnung was, also es ist halt da, dass 90 Prozent des Internets besteht daraus und ich denke halt, ey. Findest du gut oder siehst du kritisch oder sagst du, Nein, 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 ich sehe da vieles, also manche sehe ich gut daran, manche sehe ich kritisch daran, aus meiner Sicht, klar, also wenn die Menschen, wenn die stattdessen irgendwie echte Intimität haben können, dann sollen sie es machen, aber ich glaube auch nicht, dass die Welt viel schlechter daraus deutlich wird, dass das existiert. Echt, ja? Krass, okay. Ich bin halt da nicht so der Freund von, ey, konsumiert mal weniger Pornos, sondern wenn, dann würde ich diese Industrie irgendwie regulieren und dafür sorgen, dass weniger davon zur Verfügung steht oder so, wenn überhaupt sowas, aber ja, das ist jetzt, also aus meiner Sicht nicht so der Fokus, den man politisch haben könnte. Okay, 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 also du bist eigentlich nur auf Politik unterwegs, sagst du? Ja, es ist ja Teil der Politik, ne, so, es ist halt natürlich so diese ganze, auch Thematik mit Sexarbeit und so, das ist natürlich alles irgendwo damit, das beinhaltet das, aber ich sehe gerade nicht, dass das eine Priorität haben müsste. Da siehst du auch nicht, dass die Gesellschaft eigentlich von, so wenn du die letzten Jahrzehnten mit heute vergleichst, immer mehr sexualisiert wird? Siehst du da eine Entwicklung? Das ist möglich, also wenn, also ich weiß nicht, ich habe mich auch sehr viel mit Geschichte und sowas auseinandergesetzt, das gab es halt schon immer, ne, so, dass Menschen irgendwie sehr kinky waren, aber, aber ich habe, ja, also, einen Moment, ich muss mal kurz die Alerts hier ausmachen. So, ähm, ich, ich, also wir sind, also hier natürlich im Westen kann man schon wahrscheinlich sagen, dass hier das ganze, ich sag mal, Liberaler heute gehandhabt wird. Ja. Aber es ist auch schwer zu, weißt du, ich habe mich mal mit dem Mittelalter beschäftigt und da hatte ich dann, ich habe mal Geschichte studiert, eine Zeit lang, dann war da abgebrochen, und da hatte ich so ein Seminar, da haben wir, ähm, da hat jemand ein Gesetzbuch, Gesetzesbuch aus dem Mittelalter vorgestellt und in dem, in dem Vortrag und in diesem Gesetzesbuch gab es praktisch nur Strafen drin, die irgendeinen Bezug zur Sexualität hatten. Das heißt, alle möglichen Praktiken waren da aufgelistet und wie, was für eine Strafe du dafür erhältst. Und anhand dessen hast du praktisch gesehen, was Menschen damals getan haben. Ja, 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 ja. Also da gab es dann so Sachen wie, wenn deine Frau sich auf, auf euer, auf dein Hausdach setzt und sich mit Mehl und Honig einreibt und dort nackt auf dich wartet, dann musst du neun Monate lang büßen. Was immer hieß, dass du nur von Brot und Wasser leben darfst oder so. Und dann gab es so Sachen wie, wenn du als Mann, nee, wenn du als Frau masturbierst, dann musst du ein Jahr büßen, wenn du als Mann masturbierst, dann ein Monat. Und dann meinte halt jemand so aus der, so hinten auf der Bank, so, ey, das geht. Und da waren halt zig solcher verschiedenen Praktiken und jede davon hat eben irgendwie ein unterschiedliches Strafmaß gehabt und genau daran hast du gesehen, die Menschen haben das damals gemacht, auch wenn, wenn damals ja, hey, das ist ganz böse und erst, ähm, äh, erst mit der Ehe sollst du überhaupt Sex haben, dann auch nur zum Kinderkriegen und etc. Naja, es gibt dann auch so, es gab auch so Regeln damals im Mittelalter, dass du komplett angezogen sein solltest, nur die Genitalien sind frei und dann hat man so Sex, also mit so einem Nachthemd, hat natürlich auch eigentlich keiner gemacht. Also, Menschen haben auch alle gemeinsam draußen gebadet und so Geschichten, also deswegen, das war halt einfach, dadurch, dass alles verboten war, war eigentlich auch alles erlaubt. Okay, okay, okay. Und das sehen wir auch in, ähm, ja, so sehr restriktiven Gesellschaften heutzutage auch so in der islamischen Welt, da findest du halt auch alles mögliche an Kinky Stuff, wenn das eigentlich, obwohl das eigentlich verpönt ist und, ähm, deshalb könnte man das Argument bringen, dass die Menschen halt schon immer irgendwie sehr, sehr liberal waren mit ihrer Sexualität, nur heute ist es erst wirklich erlaubt und es wird durch die Medien vor allem offengelegt. Social Media halt, es wird halt, Amplifier ist halt Internet, ne? So, also früher war es halt so, dass du halt, wenn du irgendwelche sexuellen Kontakte hattest oder irgendwas los war, dann war das halt in deinem Dorf, dann waren das halt ein paar wenige Menschen, mit denen du irgendwie was machen konntest oder nicht machen konntest. Heutzutage ist es halt so extrem, äh, multipliziert wurden durch Instagram, durch Social Media, durch Dating-Apps, durch Pornokonsum, durch, dass ich schon glaube, dass wir mittlerweile uns halt, gerade wir Männer, glaube ich, dass das einen sehr krassen negativen Effekt auf uns haben kann, wenn wir uns zu viel von unseren Gelüsten treiben lassen und wenn wir zu viel irgendwie vor allen Dingen das, wie sag ich, virtuell suchen, so, weißt du, dann trennt das dich auch wieder von der Realität. Aber lass mal das Thema, das Thema sein, ist glaube ich auch, da sind wir, glaube ich. Ja, ist aber interessant, also, du beschäftigst dich ja viel mit Männlichkeit und sowas, das habe ich auch mal mitbekommen. Gibt es da irgendwie gerade negative Entwicklungen oder so, weil ich fühle mich zum Beispiel sehr wohl als Mann und habe so das Gefühl, ich darf heute mehr und habe heute mehr Freiheit als jetzt, als ich wahrscheinlich vor 40, 50, 150 Jahren oder so hätte. Ich habe das Gefühl. So, und das finde ich sehr cool. Ja. Also, da sage ich, ey, da hat die Gesellschaft sich positiv entwickelt. So, ich zum Beispiel, ich weiß, weißt du, ich mache viel Sport, so, ich bin ein starker Mann, ich habe ein gutes Verhältnis zu Frauen, so, ich habe meinen Spaß im Leben und mir geht es da gut und ich hätte gerne noch mehr von dieser Freiheit. Noch mehr? Ja. Inwiefern? Was gibt es denn da noch? Ja, also, dass es noch weniger Druck auf mich gibt, so von der Gesellschaft irgendwie. Ich muss jetzt hier der Mann sein, der Breadwinner in der Familie oder sowas, sowas würde ich mir wünschen. Ich glaube, das sind immer positive Entwicklungen. Auf der anderen Seite natürlich, dass die Gesellschaft gerechter wird, dass Wohlstand besser verteilt wird, dass, ja, die Umwelt geschützt wird. und das, wenn, du kennst das ja wahrscheinlich auch, so, man ernährt sich vegan und dann plötzlich heißt es irgendwie, das machen ja nur Mädchen. Ja, das ist neu. Das ist neu. Also, als ich angefangen habe, ja. Ne, du redest viel, ich kann gar nicht richtig antworten, aber red ruhig zu Ende. Ja, ich wollte nur, ich wollte nur kurz den Einwand noch bringen. Früher so in der Schulzeit, da war dann, also, echte Männer haben Fleisch gegessen, man hat immer so gehört. So, echte Männer essen Fleisch, echte Männer kümmern sich auch nicht um die Ernährung so, nur Fleisch macht Fleisch und sowas, weißt du, das sind so, und heute, ich glaube, das ist akzeptierter und das ist auch gut so. Echt? Also, zum Beispiel war das früher, wo ich angefangen habe, vegan zu sein, beziehungsweise kein, ich habe jetzt so seit zwölf Jahren kein Fleisch mehr gegessen ungefähr, damals, wo ich aufgehört habe, vielleicht, da war das noch gar kein richtiger Trend oder so. Es hat auch noch gar nicht so viele Leute richtig interessiert und es war auch noch nicht so, also, ich glaube, heutzutage wird das mehr von den, von den Redpill-Leuten genutzt und gesagt, Soyboy und solche Begriffe gibt es jetzt erst neu eigentlich, weißt du? Also, keine Ahnung, aber ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, mir ist es doch scheißegal, wenn du denkst jetzt, weil ich vegan bin, dass ich kein Mann bin, dann ist das dein Problem so. Aber, ich persönlich, weil du gesagt hast, mit Breadwinner und diese ganzen Sachen so, ich, ich sage halt und habe das Gefühl und ich denke, dass wir als Männer gewisse Dinge biologisch verankert haben, so, weißt du? Und dass wir als Männer uns automatisch gerne um Schwächere kümmern, so. Und wir sind normal physisch stärker als Kinder und Frauen und deswegen ist es für uns so, dass wir uns gerne um diese kümmern, so, weißt du? Und ich glaube, dass wir als Mann auch auf eine gewisse Art und Weise Liebe zeigen, indem wir uns kümmern auch, weißt du was? Damals waren es Ressourcen, so wie Essen oder so, wir sind jagen gegangen, damit die was zu essen auf dem Tisch haben, Dach über dem Kopf, haben wir ein Haus gebaut, etc., pp. und heutzutage ist es halt auch dafür zu sorgen, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir was zu essen auf dem Tisch haben, dass es uns gut geht und dass die Frauen und die Kinder sich nicht so krass stressen müssen und dass wir so ein bisschen so der Puffer dafür sind und ich glaube, das ist einfach biologisch auch verankert, so, weißt du? Deswegen, ich finde gar nicht, dass das so ein negativer Druck ist. Ich glaube halt, dass wir heutzutage in der Gesellschaft angekommen sind, wo viele Männer halt einfach nicht mehr nicht stark genug sind, um das auch wirklich durchzuziehen, so, weißt du? Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass Männer immer schwächer geworden sind und dass Frauen immer stärker geworden sind und dass sich das gerade so ein bisschen switcht und dass wir nicht mehr nach dem leben, was unsere Biologie eigentlich vorgibt und deswegen sind auch viele Männer depressiv und fühlen sich nicht wohl in ihrer Haut und sitzen zu Hause und ziehen sich den ganzen Tag Pornos oder Onlyfans rein, weil sie halt nicht mehr in der Rolle sind, was ihnen eigentlich guttun würde als Mann, so, weißt du? Sich körperlich zu betätigen, rauszugehen, versuchen in der Welt irgendwas Positives zu bewegen, eine Frau zu finden, Kinder zu bekommen, sich um die Familie zu kümmern, das ist, glaube ich, das, was uns am besten tut, so als Mann auch, weißt du? Ja. Denke ich. Aber was sind, also woran erkennst du, dass Männer schwächer geworden sind? Ich will nicht mal das Gefühl, klar, also ich kann mir gut vorstellen, so, keine Ahnung, was im Mittelalter, weißt du, da waren das halt Soldaten und Krieger und, ne, so, da natürlich waren sie stärker, aber zu den Zeiten will ich jetzt auch nicht zurück. Ich will mich da auch nicht ausschließen, so. Also ich bin, denke ich mal, hundertprozentig auch ein Kandidat, wenn ich mich vergleichen würde mit Männer von früher, so, da bin ich eine Pussy gegen, weißt du? Ich versuche halt aber trotzdem irgendwie stark zu sein und versuche irgendwie, diese Stärke nicht zu verlieren und ich glaube halt in der heutigen Welt, ich weiß nicht, Bro, also ich will hier niemandem zu nahe treten, aber wenn ich Jungs sehe, die sich auf der Couch mit ihrer Freundin die Fingernägel lackieren, dann sehe ich da schon eine gewisse Schwäche irgendwo, weißt du? Muss jetzt nicht sein, dass... Ich weiß nicht, keine Ahnung, Selbstausdruck, so, das ist, hat jemand Freiheit und so, also, keine Ahnung, das tut mir ja nicht weh, wenn ich jemanden... Deswegen, ich will auch niemandem zu nahe treten. Ich will auch nicht sagen, dass es grundsätzlich so ist, dass Männer, die sich Fingern lackieren, irgendwie schwach sind oder so, aber ich finde, das geht in so eine feminine Richtung rein, die nicht mehr wirklich was mit Männlichkeit zu tun hat und ich sehe das halt kritisch so, weißt du? Ich will da nicht partizipieren. Ich will, also ich will gerne Mann bleiben. Ja, aber das ist halt dein Ding. Ja, das ist mein Ding, aber ich beobachte das halt in der Gesellschaft, dass es so ist, dass halt Männer immer mehr feminisiert werden, so, weißt du? Habe ich das Gefühl und ich glaube nicht, dass das gesund ist. Ja, aber das geht dann so gegen die... Also ich weiß nicht, was sind denn noch so Verhaltensweisen, die jetzt... Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt... Zum Beispiel ist jetzt... Wenn Männer rosa tragen oder sowas, ist das dann irgendwie feminin? Meinst du jetzt zum Beispiel wie das Deutschland-Trikot das neue? Ja, zum Beispiel. Von mir aus. Nö. 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 Also deswegen sage ich auch jemanden, der sich seine Fingeranlegel markiert, muss nicht unbedingt... Ich kenne auch Leute, Männer, die sich ihre Fingeranlegel lackieren, die halt eigentlich extrem maskulin sind, so, weißt du? Wie ich meine, also es muss nicht unbedingt... Das ist ja nur eine Hülle, ist ja nur von außen und es muss nicht unbedingt heißen. Das war jetzt vielleicht doch ein schlechtes Beispiel, aber... Ja, Schottwirt tragen ja auch was für uns, so, ne? Also, trotzdem können die ja echt krasse Typen sein. Können die sein, ja, ja, ja. Ich habe das nur als Beispiel benutzt, wo ich sehe, dass wir halt feminisiert werden, so ein bisschen, weißt du? Und ich sehe auch, die mentale Stärke ist auch nicht mehr richtig vorhanden, so, weißt du? Viele Jungs heulen rum viel und so. Viele Jungs gehen gar nicht mehr durch die männliche Experience, so Hero-Experience, so, ja, okay, das Leben ist halt hart manchmal. Ja, okay, es können auch Dinge im Außen passieren, die dich extrem mitnehmen und ich habe das auch schon erlebt, aber wir müssen halt mental stark sein, um da irgendwie durchzugehen und dazu müssen wir uns halt auch vorbereiten, so ein bisschen, weißt du? Und deswegen finde ich auch, dass es wichtig ist für einen Mann, Sport zu machen, so, Kampfsport zu lernen eventuell. Halt auch einfach durch den Struggle durchzugehen und trotzdem stabil zu bleiben, so, weißt du? Ich kann das, also, ne, ich bin da voll bei dir. Auch ich als Pädagoge, ne, versuche immer, Kinder zu motivieren, dass die mehr Sport machen, sich mehr bewegen, natürlich, indem ich da ein Vorbild bin und ich bin da Ecke da auch immer an, weil das ist zu gefährlich, das sollen die nicht machen, da könnten die sich wehtun, so, das sind die Sachen, wo ich dann immer mich auseinandersetzen musste mit eben anderen Pädagogen im sozialen Bereich und immer irgendwo auch beweisen musste, ne, ne, vertraut mal den Kindern, glaubt mal an die, ne, so, wenn man das richtig handhabt, dann können die das, ohne sich zu verletzen und mein Ziel war dann immer auch bei meiner Pädagogik dafür zu sorgen, dass, weißt du, so Kinder, die, ne, die sollen stark werden, aber es sollen Jungs und Mädchen gleichermaßen und alle werden, das soll stark, das meinst du? Machst du da einen Unterschied oder sagst du, ne, das muss, das muss universell so sein? Also, glaubst du, dass die Experience als Frau nochmal eine andere ist als als Mann oder sagst du, das ist genau das Gleiche? Also, wenn's um, also generell wünsche ich mir, dass, dass alle Menschen stark sind. Ja. Das ist das, was ich glaube, so, das ist gut für die Gesellschaft, wenn Menschen mutig sind. Die gleiche Art und Weise oder machst du da auch Unterschiede so? Weil ich zum Beispiel würde Unterschiede machen. Ich finde, die Stärken einer Frau sind andere Stärken, wie die des eines Mannes und ich finde, dass die Stärken einer Frau anders gefördert werden müssen als die Stärken eines Mannes. ist das so? Also, bei mir geht's immer darum, dass bei allen Menschen, die alle Möglichkeiten haben und sich frei entfalten können, so wie sie das möchten und deshalb, und ich glaube, die Grundlage dafür ist eben, dass man Fähigkeiten besitzt. Also, wenn du Fähigkeiten lernst, dann ist das super und wenn du Kompetenzen erlernst, beispielsweise, indem du, wenn du sportlicher bist, wenn du fitter bist, hast du automatisch mehr Freiheit. Jemand, der irgendwo hochklettern kann, weil er die Kraft dazu hat, hat die Freiheit, irgendwo hochzuklettern. Das ist mehr. Jemand, der nun mal gelähmt ist, hat nun mal leider viel Freiheit verloren und dann wünsche ich mir irgendwie die Möglichkeit, durch irgendwelche anderen Hilfen, mehr Teilhabe, mehr gleichzeitig, aber auch die Gesundheit ein gutes Gesundheitssystem, dass dieser Mensch wieder die Freiheit kompensiert bekommt, die er vielleicht verloren hat. Ja, da sehe ich auch zum Beispiel, also bei dem Beispiel, was du eben, ja, genau, da mache ich jetzt zum Beispiel auch keinen Unterschied zwischen Mann und Frau bei diesen Themen, die du gerade angesprochen hast. Aber sonst, ich bin natürlich auch dabei, wenn es darum geht, irgendwo Jungs beizubringen, dass sie einen coolen Umgang haben mit Mädchen und Frauen und dass Mädchen auch stark sein können und sich auch gegen Jungs durchsetzen und auch gegen irgendwelche Vorurteile. Die Mädels können das ja, nicht oder so, die Mädels machen, also in meiner Grundschulzeit, da war das noch so, als ich noch klein war, dass die Mädels keinen Ball bekommen haben von der Lehrerin, weil Fußball ist ja nichts für Mädchen, auch wenn die spielen wollen. Ja, das ist scheiße. Ja, und das ist heutzutage zum Glück anders und da sind, gerade dort im pädagogischen Bereich erlebe ich, das wird inzwischen eigentlich insgesamt sehr cool gehandhabt. Aber wenn ein Mädchen zum Beispiel ein Prinzessengleid anziehen möchte, dann soll die das machen. Ja. Ist mir wurscht. Also da werde ich die auch immer unterstützen. Ja. Wenn der Junge das Kleid mal anziehen möchte, auch okay. Wenn er, dann zieht er das halt zwei Tage später wieder aus oder so, aber er hat es mal angehabt und er hat Spaß damit gehabt. So. Also wenn du jetzt einen Sohn hättest zum Beispiel, der ist irgendwie acht, neun Jahre alt und sagt, hey Papi, ich hab mal Bock irgendwie, ich will mal ein Kleid, mal ein BH oder so, würdest du sagen, mach ruhig. Passt. Ja. Okay. Häufig ist das so, ausprobieren. Weißt du, das ist so, ja, die wollen das mal machen, die wollen das mal sehen und meistens genau, weil die das mal ausprobieren konnten, finden die, ist das sozusagen, okay, ich hab das jetzt mal erfahren und jetzt gucke ich mal, wie ich bei der Identität wieder, also sozusagen, es gehört sozusagen zum Großwerden dazu, dass man Dinge ausprobiert und irgendwo pendelt sich das dann in einer kohärenten Identität, so nennt man das dann wieder ein. Ja, ja, ja. Das heißt, viele Mädels, die probieren dann zum Beispiel mal die super mädchenhafte Rolle aus, können die mal testen und dann Jahre später finden sie dann aber, okay, irgendwo einen Ausgleich. Auf der einen Seite haben sie dann trotzdem noch ihre feminine Seite, auf der anderen Seite sind sie aber auch irgendwo fortschrittlich oder verwirklichen sich selber frei von bestimmten Vorbildern aus Disney-Filmen und bei den Männern und Jungs ist es genau das Gleiche. Da ist halt, guck mal, ich will kurz eingreifen bei diesen Disney-Film-Geschichten, weil ich halt auch glaube, dass wir Kinder halt auch auf eine gewisse Art und Weise in eine gewisse Richtung beeinflussen können, so weißt du. Also ich bin ein Fan davon, von dem, was du gesagt hast, dass die natürlich vielleicht interessiert sind an Dingen, Dinge ausprobieren und dann natürlich sich entwickeln und sich dann irgendwie finden, irgendwo in der Mitte vielleicht. Aber ich sehe es kritisch, wenn Kinder zu viel in eine gewisse Richtung beeinflusst werden, so weißt du. Ich glaube schon. Das macht man halt möglichst wenig. Also natürlich, du musst sie halt irgendwo beeinflussen. Findet halt automatisch statt, wie du gesagt hast, durch Disney-Filme, Musik, TikTok, diese ganzen Sachen sorgen ja dafür, dass Kinder in eine gewisse Richtung auch beeinflusst werden, gerade wenn die Eltern, wie heutzutage, beide Elternteile sind, arbeiten. Es ist nicht konstant jemand da, der sich irgendwie kümmert und kontrolliert, was die sich da reinziehen und dann ist es halt so und da kommen wir wieder in die Schwurbelrichtung rein, dass ich sage, wenn gewisse Narrative oder gewisse Dinge extrem gepusht werden auf Social Media oder in Filmen oder in Fernsehen oder was auch immer, dann wird das so sein, dass das auch einen Einfluss auf die Kinder hat, auf die Jugend hat und dass die Generation sich in eine gewisse Richtung beeinflussen wird, so weißt du. Und ich sehe halt, wenn du in die, wenn du in die Superhelden, warte mal kurz, wenn du in die Superhelden, wenn du in die Superhelden Geschichten reingehst teilweise oder in die Filme und Serien, die heutzutage kreiert werden, es ist halt so, dass alles immer mehr feminisiert wird und dass auch diese LGBTQ-Entwicklung da extrem einen Einzug nimmt in diese ganzen Sachen und dann hat das natürlich auch einen Effekt auf die Kids, auf die Jungs, auf die Mädels, auf diese ganzen Sachen so und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum das so ist, dass, was ich am Anfang gesagt habe, mein Statement, dass Männer immer femininer werden und dass Frauen auch teilweise immer maskuliner werden, nicht alle, aber die Entwicklung findet statt, finde ich. Aber das ist dann unnatürlich sozusagen, also sowas wie das, was im Disney-Film dann präsentiert wird oder wenn ein Mädchen irgendwie beigebracht wird, okay, du kannst auch ein super Held sein oder so, das ist dann, also diese Verhaltensweisen, wo du sagst, boah, das siehst du kritisch, das ist dann unnatürliches Verhalten. Ich finde es unnatürlich, wenn es so ist, dass Kinder sich das reinziehen und sich aufgrund dessen anders verhalten. Das ist unnatürlich für mich. Ja, aber also das kann man ja bei allem sagen. Also warum sind jetzt die Medien da das Besondere? Also die Kinder, also irgendwer ist ja auch da auf die Idee gekommen, das zu verbreiten oder zu zeigen. Also wie ist der Mensch denn auf die Idee gekommen, wenn er vorher nicht diesen Einfluss hatte? Es ist ja heutzutage sogar per Gesetz. Also wir Menschen, wir können ja nicht gegen unsere Natur handeln. Also das ist ja Quatsch. Wir können nicht gegen unsere Natur handeln? Sagst du? Ja, also wenn so ein bestimmtes Verhalten natürlich ist, dann ist ja Quatsch, dass irgendein Mensch das anders macht. Ich meine, wir haben seitdem es Menschen gibt, haben wir uns auf eine gewisse Art und Weise verhalten und jetzt seit 100 Jahren verhalten wir uns anders. Also wir verhalten uns nicht mehr so. Also wie sind wir Menschen denn auf die Idee gekommen, uns unnatürlich zu verhalten? Es gibt halt verschiedene Entwicklungen und ich glaube, dass so Movements und Bewegungen dazu beigetragen haben auf jeden Fall. Ja, aber wie sind wir auf die Idee gekommen? Wie meinst du? Ja, aber wie ist dann irgendwer auf die Idee gekommen, unnatürliches Verhalten zu verbreiten? Also der muss ja selber, also wenn das halt natürlich ist, keine Ahnung, wenn jetzt Frauen, also wenn jetzt Feminismus oder Queersein unnatürlich ist, dann muss ja auch immer erstmal jemand darauf gekommen sein und das geht ja nicht. Man muss halt in die Ursprünge zurückgehen, ne? Zweiter Weltkrieg, Männer waren im Krieg, Frauen mussten auf den Arbeitsmarkt, mussten arbeiten gehen und so hat das ein bisschen angefangen, so weißt du? Und dann sind die Männer zurückgekommen, das System hat gemerkt, oh geil, Alter, wenn die Frauen auch auf dem Arbeitsmarkt sind, dann können wir mehr Geld wirtschaften, beide Menschen sind auf dem Arbeitsmarkt, dann hat die Entwicklung begonnen und dann kam Feminismus dazu und ja, wie fern, wer das erfunden hat, wer da dahinter steckt, wer das am meisten nach vorne getrieben hat, weiß ich nicht, aber es hat auf jeden Fall stattgefunden so und ich weiß nicht, ja, wenn du sagst, es ist natürlich. Könnte es nicht sein, dass das einfach kein, dass das einfach nicht unnatürlich ist, sondern dass es nur dein Gefühl ist? Was nicht unnatürlich ist, du musst mir ein bestimmtes Thema sagen. Ja, was du auch immer du ablehnst. Ich lehne doch gar nicht, ich habe gar nicht gesagt, dass ich irgendwas ablehne, ich habe nur gesagt, dass wenn ich ein Kind habe und wenn mein Kind den ganzen Tag auf TikTok scrollt, nur sich von Social Media beeinflussen lässt und von Film und von Disney und von ihren Kindergärtnern und die Eltern haben nicht mehr so viel Einfluss auf die Kinder, weil die Eltern arbeiten gehen müssen und die Kinder sich dann aufgrund dieser Beeinflussung von den Sachen wie Social Media und Menschen, die nicht deren eigenes Fleisch und Blut sind, denen eintrichtern so, dann ist das unnatürlich. Das ist das, was ich sage. Ich glaube, der Mensch ist am natürlichsten, wenn er viel mit der Natur in Verbindung lebt. Das heißt, mein Kind wird nicht den ganzen Tag am Handy rumsitzen, wird auch nicht mit von irgendwelchen Lehrern beeinflusst, die ich nicht mal persönlich richtig kenne. Ich will die alle persönlich kennenlernen. Ich will deren Mindset wissen. Ich will wissen, was das für Menschen sind, was für ein Herz die haben, ob die eine gute Seele haben und wenn die das nicht haben, dann werden meine Kinder da nicht hingeschickt. Ich will eine natürliche Entwicklung für meine Kinder und es geht nur, wenn du deine Kinder natürlich erziehst. Und das Ding hier ist nicht natürlich. Und was da rauskommt, auch nicht. Und die Beeinflussung auch nicht. Das steht ja eigentlich aus natürlichen Bestandteilen, die finden wir draußen. Das ist ja nicht so, dass wir die aus einer anderen Dimension geholt haben. Plastik ist natürlich, sagst du? Und dass das jetzt nicht natürlich ist, ist ja irgendwie ein bisschen... Plastik ist natürlich oder nicht? Es gab ja schon immer, dass Menschen das ganz gerne mal eingeteilt haben. Keine Ahnung, Homosexualität wurde ja schon mal zum Beispiel früher als unnatürlich bezeichnet. ist das auch für dich unnatürlich oder sagst du bei Homosexualität, nee, das ist okay? Was heißt, das ist okay, Digga? Jeder darf machen, was er möchte. Ich würde niemals sagen, wenn jemand zu mir sagt, ich bin homosexuell. Unnatürlich? Ja, ist Homosexualität zum Beispiel unnatürlich? Also was ich weiß auf jeden Fall, dass es kein homosexuelles Gen gibt. Also es ist nicht in unseren Gen veranlagt. Man kann das nicht messen, genetisch so. Du kannst nicht genetisch sehen, ob einer homosexuell ist oder nicht? Also es ist ja nicht in deiner Biologie verankert und so. Also muss es irgendwas anderes sein. Das sagst du jetzt, aber da wird die Wissenschaft was anderes sein. Nee, die Wissenschaft sagt das. Gibt es Studien, kannst du ja mal nicht... Nee, nee, guck mal, da gibt es kein Gen oder kann ja auch irgendwas sein, was wir noch nicht entdeckt haben, aber auf jeden Fall ist es keine freie Entscheidung. Da hat ein Mensch auf jeden Fall diese Neigung und die kriegst du auch nicht aus dem raus. Also das aktuelle Wissenschaft ist auf jeden Fall, dass es dieses Gen nicht gibt. Das heißt, es ist noch nicht nachweisbar. Es ist in deiner Biologie noch nicht nachweisbar so. So. Genau. Und deswegen kann ich dir da keine richtige Antwort drauf geben. Also aktueller Wissensstand ist, dass es erstmal, dass es nicht nachweisbar ist. Das heißt, es muss auf irgendeine andere. Vielleicht ist das nur in deinem Mind. Vielleicht ist das irgendwie spirituell. Keine Ahnung. Und so. Also es ist nicht nachweisbar. Deswegen kann ich da kein Statement zu abgeben. Das gibt es ja auch bei Tieren. Das gab es ja auch schon über Jahrtausende hinweg bei Menschen. Also da kann man ja schon sagen, ja okay, irgendwie gibt es anscheinend eine Chance, dass Menschen damit geboren werden. Kann sein. Und wir können das natürlich weiterforschen. Ich kann da halt kein Statement abgeben. Ich will ungern Statement abgeben, weil ich halt, ich bin ja nicht Gott. Weißt du? Ich kann dir das nicht. Aber wenn jetzt in Schulen zum Beispiel Kindern beigebracht wird, hey, Homosexualität ist okay, dann hättest du jetzt nichts dagegen. Ich finde, ich finde, das hat in der Schule nichts verloren. Ja, aber die Schule ist ja schon dafür da, um dich über die Welt und dich über die Welt aufzuhören. Ich finde, ich finde alles, was Sexualität angeht, ich finde alles, was Sexu... Warte kurz, aber Länder und Sexualität ist was anderes. Ich finde, alles, was Sexualität angeht, hat dem Lehrer nichts anzugehen. Das ist, das muss im Elternhaus besprochen werden, innerhalb der Familie so. Ja, aber das ist, das ist ja, guck mal, ich kann dir halt sagen als Pädagoge, Eltern sind häufig, also Pädagogen sind Experten für Bildung. Das ist so das Tolle. Die haben das halt gelernt. Ja, so dementsprechend auch als Gesellschaft können wir demokratisch schauen, dass um unsere Freiheit als Menschen zu maximieren und damit eben auch unser Wohlbefinden und unsere, dass wir alle glücklich sind, da können wir ein Bildungssystem so gestalten, dass am besten Menschen, die da durchlaufen, dass die möglichst viel lernen über die Welt, damit sie sich in der Welt zurechtfinden. Und da hat ja zum Beispiel so Sexualerziehung eine ganze Menge Vorteile. Du bekämpfst ja damit sexuell übertragbare Krankheiten, du sorgst dafür, dass Teenager- Schwangerschaften eingedämmt werden, du sorgst dafür, dass Kinder eben gerade eine vernünftige Sexualität dann auch entwickeln können. Was ist vernünftig? Und du beugst ja zum Beispiel auch vor allem... Wer entscheidet das alles? Also wer entscheidet, was vernünftig ist, was eine vernünftige Sexualität ist, wer entscheidet, was normal ist oder nicht normal ist, wer sagt... Also ich bin zum Beispiel auch einer, weil du das Schulsystem gerade so angepriesen hast, als ob das so perfekt ist. Weißt du, ich habe sehr viel Kritik am Schulsystem. Hab ich nie gesagt, aber gut. Also ja, ich finde... Ich finde halt, ich habe sehr viel Kritik am Schulsystem, gerade am deutschen Schulsystem und ich finde, gerade was aktuell stattfindet, wenn es um Sexualität geht vor allen Dingen, dann ist das eine Sache, die hat für mich nichts in der Schule und auch nicht im Kindergarten verloren. Das sollen die von den Eltern lernen und ich sehe auch sehr viele Nachteile beim Schulsystem heutzutage so, weißt du, wenn ich sehe wie... Warum? Also es hat ja nur Vorteile. Also es hat ja überall dort, wo sowas nicht passiert, hat das ja Nachteile für die Menschen. Also sexuell übertragbare Krankheiten sind dann viel häufiger vorhanden, viel mehr Teenager-Schwangerschaften, viel mehr sexuelle Missbräuche, weil zum Beispiel Täter es viel leichter haben, die Kinder wissen ja nicht, was da mit ihnen passiert und so weiter und so fort. Das hat ja nur Vorteile, wenn Kinder gebildet werden, egal in welchem Bereich und eben auch natürlich bei Sexualität. Ja, aber ich werde das halt selber übernehmen, weißt du. Ich werde halt meine Kinder an die Hand nehmen und denen beibringen, was meine Philosophie ist, was das Thema angeht so und hoffe darauf, dass die das übernehmen und hoffe darauf, dass die lernen und ich finde halt, dass wir die Verantwortung wieder mehr zurück nach Hause geben sollten so, weißt du, und da vielleicht mehr Aufklärung stattfinden sollte, dass die Eltern wieder mehr geteacht werden in den Bereichen, dass Eltern überhaupt generell wieder mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, dass jemand da zu Hause ist, der den Sachen beibringt so. Ich finde halt, ich finde halt die größte Verantwortung für ein Kind hat nicht das Schulsystem, sondern die Eltern so, weißt du. Ich sage, wir alle. Also wir alle haben für unsere Kinder, also wir sollten eigentlich alle eine Familie sein. Also das ist eigentlich, wäre cool. Ja, so gehe ich auch durch die Welt. Und deshalb endet das für mich nicht so bei, okay, da ist der eine irgendwie, der hat den da rausgepresst aus sich selbst, also ist der jetzt auch direkt für den verantwortlich und das ist auch cool, weil... Also glaubst du nicht, dass die Eltern schon eine gewisse Mehrverantwortung für ihre Kinder haben als du jetzt zum Beispiel oder ich? Ja. Ja, ja, insgesamt. Also natürlich müssen das irgendwo ausgeglichen sein. Natürlich Eltern haben ja einen besonderen Bezug zu ihren Kindern, sind ja ihre Kinder und so weiter, aber trotzdem... Aber du sagst nicht, dass die die Autorität sind. Die Eltern dürfen auch nicht alle Entscheidungen... Also du sagst doch nicht... Also wenn zum Beispiel Eltern ihre Kinder schlagen, dann will ich denen da eine Grenze setzen. Dann will ich sagen, wenn Eltern ihre Kinder missbrauchen, dann will ich denen da eine Grenze setzen. Das ist vielleicht ihr Kind, aber die können nicht alles mit dem Kind machen. Safe. Wenn Eltern die Kinder irgendwie zur Arbeit im Garten zwingen wollen und das im Haushalt ausnutzen, will ich denen da eine Grenze setzen. Ah, zur Arbeit im Garten zwingen? Also wenn ich jetzt meinen 14-jährigen Sohn sage, Junge, du musst jetzt hier Rasen mähen und der hat keinen Bock darauf. Nein, natürlich in Maßen ist okay, wenn du dem jetzt vielleicht noch einen Zehner in die Hand drückst dafür, super. Ja, kannst du machen. Aber wenn dann Eltern wirklich ihre Kinder ausmachen, du musst jetzt 8 Stunden am Tag Haushaltsarbeit machen und du musst mir die Füße massieren und du musst für mich kochen und praktisch, ich behandle meine Kinder als wenn, die meine Diener. Ja, das ist natürlich Schwachsinn. Ja, okay, das ist halt wild. Dass man den Kindern irgendwo beibringt bestimmte Sachen. Hier, so geht Abspülen, so geht Aufräumen, so geht Staubsaugen, so geht Rasen mähen. Das ist natürlich okay. Ich meine, ich sehe das halt hier zum Beispiel regelmäßig, da hier gibt es auch Kinder, die sind 8, 9, 10 Jahre alt, die gehen mit ihren Eltern halt auf die Arbeit auch. Die sind hier am Beach, verkaufen, verkaufen da Dinge und die Kinder sind da 8 Stunden, 9 Stunden mit denen zusammen am Arbeiten, aber die lieben sich. Die haben eine gute Beziehung, so weiß ich nicht mehr. Aber wir haben das ja, also wir sind ja froh, zum Beispiel in Deutschland, dass wir das den Kindern nicht mehr aufbürden müssen. Ja, und was sagst du denn, wenn ein 14-jähriger Sohn zu dir kommt und sagt, Papa, ich fühle mich irgendwie, ich fühle mich falsch in meinem Körper, ich würde gerne, ich würde gerne einfach mein Geschlecht verändern, so. Ja, dann würde ich mich damit befassen, was der jetzt speziell braucht, ob beispielsweise jetzt... Nee, sorry, falsches Szenario, ich wollte... Warte kurz, falsches Szenario, ich wollte dich nicht persönlich fragen, ich wollte dich fragen, was du dazu sagst, wenn ein 14-Jähriger zu seinem Vater hingeht und sagt, oder zu seinen Eltern hingeht und sagt, ey, ich würde das gerne tun und die Eltern sagen, nee, du bist 14 Jahre alt, ich, äh, wir, wir, wir denken, dass du noch nicht reif genug bist, diese Entscheidung zu treffen, du lebst noch unter unserem Dach, wir haben die Autorität über dich, äh, wir lassen das nicht zu, möchten das nicht. Ja, ich fände es gut, wenn dann die, ähm, das Kind natürlich noch andere Anlaufstellen hat, wo es sich Beratung holen kann, wo dann auch eventuell mit den Eltern gesprochen wird, weil das ist natürlich eine sehr gefährliche Situation, sowas eventuell nicht zu erforschen, nicht zu unter, oder dann zu unterdrücken, ne. Also, das, äh, ne, so, da gibt's natürlich dann, wenn dann, äh, es gibt Transpersonen zum Beispiel, die ja genau in so einer Situation sind, die begehen dann irgendwann Selbstmord, weil denen keiner geholfen hat und keiner akzeptiert hat. Oder andere, die halt das dann durchgezogen haben, weil die dann irgendwie vielleicht zu einem Psychologen noch gegangen sind oder zum Jugendamt, die haben dann dafür gesorgt, dass die, dass die Kinder das trotzdem machen dürfen und dann irgendwann zehn Jahre später haben die Kinder gemerkt, äh, das war doch nicht die richtige Entscheidung, haben sich dann umgebracht, weil sie dann quasi, äh, nicht mehr das waren, was als was Gott sie erschaffen hat. So geht der in beide Richtungen rein, weißt du? Many such cases, nein, das ist ja, also Quatsch, ne, so, da kenne ich mich natürlich aus mit der Thematik und, ähm, da gibt es dann, also wir können nicht so Systeme aufbauen, indem wir sozusagen die versuchen, perfekt zu machen. Also, da müssten wir halt auch Gefängnisse und so abschaffen, weil wir wissen ja auch, dass dort in ein paar Prozent der Fällen kommen dort Menschen unschuldig ins Gefängnis, machen wir aber nicht, ne. Ich würde halt... Ganz viele Gesetze, die werden falsch angewendet in ein paar Prozenten der Fällen und deswegen, wir können das nicht perfekt machen, so, um eben die aller, also wir können immer nur versuchen, unser Glück und unser Wohlbefinden zu maximieren und irgendwo gibt es natürlich dann immer Verschleißen, dann können wir uns darauf, darauf konzentrieren, diesen noch zu beheben, da unser System noch zu optimieren, aber dann das ganze System halt einfach hinüber zu machen, weil es gibt ja eine einprozentige Fehlerquote, das ist natürlich dann, das ist ja Quatsch, das machen wir in ganz vielen anderen Bereichen. Ich persönlich, also meine persönliche eigene Meinung ist, das sollte nicht möglich sein, als Minderjähriger, dein Geschlecht zu sein. Genau, was ja dann aber sehr viel Schaden anrichtet bei Menschen, weil es sagst du, sagst du, sagst du, sagst du, das sagst du alles, das ist das, was du alles sagst, so. Ich könnte auch so argumentieren, dass du, dass, dass, wenn das möglich ist, dass man da mit Menschen in den Selbstmord treibt, weil die das dann durchziehen und dann irgendwann merken, dass sie, dass sie, dass sie nicht mehr das sind, als was Gott sie geschaffen hat und sich dadurch umbringen. Also das ist das gleiche Argument. Ich möchte, dass dieser Prozess, der dahin geführt hat, dass der optimiert wird, damit das eben, damit ein Mensch schon früher merkt, ah, ich bin doch nicht so. Ein Mensch mit 14 kann nicht, ein Mensch mit 14, ein Mensch mit 14, weiß ich nicht, weißt du noch, weißt du noch, wie du drauf warst, als du 14 warst, so? Kannst du dich noch daran erinnern, wie wenig du wusstest, wer du eigentlich bist, was du vom Leben möchtest, was deine Position in der Gesellschaft ist? Wir waren alle verwirrt in dem Alter, so und wenn wir dann noch extrem beeinflusst werden von Social Media und von Filmen und von anderen Dingen, dann kann das möglich sein, dass wir denken, dass wir im falschen Körper sind, so. Wir sollten dann trotzdem keine Hormone nehmen, weißt du, oder unsere Genitalien abschneiden, das ist nie wieder rückgängig machbar, so, weißt du, warte vier Jahre ab, bis du 18 bist, vielleicht verändert sich in der Zeit irgendwas, hab Gespräche, weißt du, man sollte sich natürlich um diese Menschen kümmern, so. Man sollte dich sagen, ja, okay, halt deine Schnauze gehen, dein Zimmer wird nicht passieren, man muss mit denen reden, offen sein, Spiritualität. Genau. Diese ganzen Sachen sind wichtig, aber lass nicht zu, dass die ihre Genitalien abschneiden und das irgendwann bereuen, so, weißt du, wie ich meine? Ja, warte mal. Also, da gibt's ja auch einen sehr, sehr langen Prozess, der begleitet wird von Therapeuten und Ärzten und da gibt's ja wirklich, also, was glaubst du denn, wie lange gibt's schon trans Menschen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Weißt du nicht? So die Vermutung, Schätzung? Nee, keine Ahnung. Willst du nichts zu sagen? Weiß ich nicht. Du bist ein Mann, du bist doch ein Mann, trau dich. Es geht. Leon. Was, Bruder? Yo. Hab ich dich kaputt gemacht? Dein Mann, komm. Du hast mich zerstört, Digga, du hast dein Ziel erreicht. Ich bin bei Leon Lofluck reingekommen und hast sie zerstört oder dein Chat feiert dich bestimmt gerade hart. Das ist ja ehrlich. Wer macht die Kindertrans? Bitte? Wer macht die Kindertrans? Ich. Du. Ja. Ja. Machst du gut. Gut, ne? Ja. So. Oder schlecht. Kommt auf die Perspektive an, ne? Kommt auf die Perspektive an, ne? Ja, keine Ahnung, was... Also, weiß ich nicht, was... Traust du dich auch nicht zu sagen, wer die Kindertrans macht? Wie meinst du, wer die Kindertrans macht? Ja, weiß ich nicht. Du sagst, okay, die Medien beeinflussen die Kinder... Der Storch, der die bringt, Mann. Die werden doch vom Storch... Irgendwer macht das... Keine Ahnung, was... Jemand zeigt zum Beispiel Transmenschen im Fernsehen, in einem Film, ja? Der Storch vielleicht, der die bringt. Ist das dann die Propaganda oder die Indoktrination für die Kinder, die sie dann auch eben ins Transsein treibt? Wie bitte? Treibt das die Kinder dazu, dass sie auch denken, sie sind trans, wenn sie die im Fernsehen sehen? Boah, das ist... Bruder, Psyche ist sehr... Wie sagt man? Hat sehr viele verschiedene Ebenen, so weißt du? Ja, aber komm, du bist... Leon Lovler, ja? Du sitzt da mit deinem gestellten Oberkörper und du... Jetzt kommt der Troll raus, Chat. Selbstständig müde und stark und du wirst dich garantiert nicht mit deiner Meinung zurückhalten. Ich frage mich, was den Troll gerade ausgelöst hat, zu werden oder so. War das dein Chat gerade? War das dein Chat gerade? Irgendeiner in deinem Chat hat wahrscheinlich gesagt, Bro, du bist so korrekt, Digga, du musst mehr Trollen. Ich beachte gar nicht meinen Chat. Ich gucke da gar nicht drauf. Ich quatsche mit dir, ich lasse mich ungern von meinem Chat beeinflussen. Eio, Digga, ich kiss dein Herz. Auf jeden Fall, ähm... Ja, also ich sage, viele Sachen können dich auf verschiedenen Ebenen beeinflussen, auf jeden Fall, so weißt du? So. Und ich sage zum Beispiel, es ist ja zum Beispiel Fakt, dass es immer mehr übergewichtige Menschen gibt, so, ne? Beispiel jetzt. Und es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass wir viel weniger Bewusstsein haben, was eine gesunde Ernährung ist und dass wir vielleicht auch eingetrichtert bekommen teilweise, dass es nicht verkehrt ist und nicht schlimm ist, wenn wir übergewichtig sind und dass es positiv ist. Body Positivity, yeah, nice, hier und da, blablabla, dann kann das einen Effekt auf junge Leute haben. Aber das ist ja nicht so stark. Also... Body Positivity und so ist ja wirklich... Dann kann das einen Effekt auf junge Leute haben, die eventuell sich denken, jo, ist nicht ungesund, äh, zieh ich durch, scheiß drauf. Mir ist egal, wie ich aussehe. Body Positivity, das gibt es ja noch nicht so lange, ne? Also das ist ja auch Nischending, deswegen nochmal zurück zu dem... Also du hast... Wie Nischending? Okay, Medien... Also du sagst ja... Transsein ist keine Nische? Und da sind verschiedene Sachen, die jetzt dafür sorgen, dass... Gibt es mehr übergewichtige Menschen heutzutage oder mehr Transpersonen? Was denkst du? Ja, aber versuch mal... Nee, aber versuch mal bei dem Thema zu bleiben. Ich wüsste ja einfach... Warum? Bei dem Thema Body Positivity bist du nicht so... Der ist wahrscheinlich auf meiner Seite, deswegen will er da nicht drauf eingehen und unbedingt auf dieses Trans-Thema weitergehen. Aber ja, ey, guck mal, das Ding ist... Ich hab doch eher das Gefühl, du versuchst eher, das Thema zu wechseln. Nee, nee, ich weiß dein... Guck mal, du musst wissen, ich kenne Leute, ich kenne ja so Charaktere wie dich und du versuchst mich jetzt bei diesem Trans-Thema so in diese Ecke reinzudrücken als dieser Anti-Trans und Homophobe und der hasst alle Transen und der hasst halt... Guck mal, das Ding ist so, ich sag dir jetzt meine ehrliche... Warte kurz, ich sag dir meine ehrliche, persönliche Meinung zu dem Thema. Jetzt kriegst du alles komplett. So, also, für mich ist es okay, wenn du machst, was du möchtest. So, ich würde niemals jemanden verurteilen, weil er das macht, was er möchte. Egal, was er... Außer es geht in Richtung Straftaten oder der steht auf Minderjährige oder was auch immer. Solche Sachen natürlich nicht. Da sage ich, okay, da gibt es gewisse Grenzen, aber wenn du sagen möchtest... Da sind wir einer Meinung. Ich stehe auf... Für mich Kinder zum Beispiel, die sind noch nicht voll verantwortlich. Warte kurz, ich sag zum Beispiel, wenn du jetzt... Lass mich doch jetzt doch mal ausreden, wenn du unbedingt meine Antwort haben möchtest. Ich wollte dir nur zustimmen. Ich wollte dir nur zustimmen. Bist du jetzt zum Beispiel einer, du stehst auf Dudes und du sagst, ey, ich finde irgendwie, ich bin ein Mann und ich stehe trotzdem auf Dudes und mach das. Das ist cool. Ich kenne hier Leute, die hier in Tulum gibt es sehr viele Leute, die homosexuell sind, die sich als was anderes identifizieren und mit denen ich gute Gespräche habe, mit denen ich teilweise auch unterwegs bin etc. PP. Jeder soll das machen, was er für richtig hält so. Ich bin trotzdem der Meinung, dass diese ganze Entwicklung, die aktuell stattfindet, auf Social Media, im Fernsehen, überall findest du mittlerweile diese ganze LGBTQ-Thematik. Die Flaggen sind überall, muss bei der WM eingebaut werden, bei der EM eingebaut werden. In jedem Film muss jetzt mittlerweile jemand dabei sein, der irgendwie Teil der LGBTQ-Community ist. Und ich weiß, dass wenn eine Sache immer mehr in den Vordergrund getrieben wird und immer mehr Leute das auf den Schirm bekommen beziehungsweise richtig reingedrückt bekommen, dass das im Endeffekt auch einen Effekt haben kann auf den ein oder anderen jungen Geist, der sich denkt, krass, ich hab das auf TikTok gesehen, ich hab das hier oder da gesehen, ey, ich mach das mal einfach jetzt. Oder das beeinflusst ihn auf jeden Fall in eine gewisse Richtung und der fängt sich an zu fragen, vielleicht bin ich auch einer, der so ist und dies, das, bla, bla, bla. Und wenn das nicht da gewesen wäre, hätte er gar nicht erst angefangen, darüber nachzudenken. Deswegen, kann das jemanden beeinflussen in die Richtung, ja, ist das der ausschlaggebende Grund dafür, dass jemand trans wird? Muss nicht unbedingt sein. Kann das beeinflussen, ja? Ja. Aber wie ist dann da jemand auf die Idee gekommen, das zu machen? Also da über die Medien das zu verbreiten oder dass jetzt bei der Fußball-WM oder EM immer irgendwo jemand dies und jenes sein muss? Erklärst du mir, du bist ja da so ein Fanatiker, also du bist ja jemand, der wahrscheinlich sehr viel Ahnung hat bei diesem Thema, deswegen erklär du mir das bitte. Nee, ich denke, so Homosexualität, dann bist du geboren, auch dass du eventuell trans bist. Nee, warum das so extrem mittlerweile überall vorhanden ist? Wie kommt das? Nö, das ist gesellschaftlicher Fortschritt, dass Menschen, ne, dass so diese Bewegung, also, ne, queere Bewegung, die wurde ja immer historisch sehr stark unterdrückt und dass heutzutage, dass es dann gerade, dass die eben für sich entdeckt haben, okay, wir feiern das, wir sind stolz darauf, dass wir queer sind, wir lassen uns da nicht einreden, dass wir uns schämen müssen dafür und dann haben die eben auch dann, ne, so ihre Demonstrationen bis heute, ne, so ihre Pride-Veranstaltungen. Ich rede jetzt von so EM oder von den großen Unternehmen wie Coca-Cola, Budweiser und was auch immer. Ja, und dann kommen große Organisationen und versuchen da Profit auch noch draus zu machen, ne, so ähnlich wie, dass halt große Konzerne sagen, so, hey, wir sind auch für Umweltschutz und so weiter, sagen die auch, hey, wir sind auch für Menschenrechte und Tierrechte und so und im Endeffekt ist das natürlich geheuchelt von großen Konzernen, die das eben nur machen, um Profit zu machen, aber die wissen eben auch, dass die meisten Menschen da draußen das positiv sehen, dass das ihr Produkt besser verkauft und das war... Die kriegen das auch teilweise vor. Hast du schon mal was vom ESG-Score gehört? Ja, ja. Die kriegen das auch teilweise, also du kannst jetzt zum Beispiel auch nicht mehr für ein Grammy nominiert werden, wenn nicht eine Minderheit auf jeden Fall in deinem Film mitspielt oder du kannst auch nicht mehr gewisse Gelder bekommen als Unternehmen oder gewiss... Aber das sind eben so Entscheidungen von Investoren, die machen das, weil sie wissen, dass sie damit größere Märkte erreichen. Also es sind nicht die Unternehmen, sondern es sind irgendwelche Investoren dahinter, die das dann quasi entscheiden? Nein, nein, das ist nicht so... Also glaubst du, die Unternehmen pushen das, obwohl es nicht profitabel ist? Ich glaube, die Unternehmen... Weil am Ende müssen die ja viele Kunden erreichen. Also die kriegen das ja aber auch teilweise vorgegeben. Die kriegen das ja vorgegeben mit diesem... Also die wollen ja gut gescored werden. Ja, aber die Investoren machen das auch nur, weil sie eben dadurch mehr Profit aus ihrem Investment erwarten. Naja, ich weiß nicht. Kann ich dir nicht sagen. Also die Investoren werden nicht in Sachen investieren, die nicht profitabel sind. Ich meine, ich bin ja halt ein kleiner Verschwörungsmystiker, der so ein bisschen auch in dieser rechten Verschwörungswelt unterwegs ist und da gibt es böse Zungen, die behaupten, dass das eventuell auch extra gepusht wird oder dass irgendwie... Ja. Dass das extra so gemacht wird, dass diese Unternehmen das machen müssen und damit teilweise so wie Budweiser in den USA zum Beispiel, die überhaupt kein... Also die haben ja überhaupt keinen Bezug zur LGBTQ-Community und haben damit ihre Marke eigentlich kaputt gemacht, indem sie jemanden, der dazugehört, Werbung machen lassen haben für die Marke. So, warum macht man sowas? Das hat ja nichts... Also das hat ja businesstechnisch keine Vorteile. Ja, aber glaubst du nicht, dass die dann halt einfach eine falsche Entscheidung getroffen haben zum Beispiel, dass sie da was ausprobiert haben und dann ist das bei der Kundschaft nicht so gut angekommen und in anderen Märkten ist das wieder... Oder bei der Kundschaft von anderen Produkten funktioniert es? Kann sein. Kann aber auch sein, dass die vielleicht das machen mussten. Du meinst es nicht. Wer pusht das denn? Also wer macht das? Du meinst es nicht. Vielleicht ganz böse Echsen-Eliten oder so. I don't know, ich weiß es nicht. Also einfach irgendwer pusht das. Es ist unmöglich für dich, dass das halt einfach Konzerne sind. Guck mal, weißt du, wenn ich da so reingehe, ich kann dir meine ehrliche Meinung dazu sagen, weißt du? Ich glaube halt, dass es definitiv Menschen schon immer gab, die irgendwie sich unwohl in ihrer Haut gefühlt haben und irgendwie gedacht haben, eventuell, dass sie ein anderes Geschlecht sind oder so, weißt du? Und ich glaube, dass es auf jeden Fall zu einem gewissen Level irgendwie immer schon vorhanden war, aber auf so extremer Ebene glaube ich nicht. Und ich glaube halt, ich bin ein Typ so, ich glaube an Gott und ich glaube daran, dass wir Menschen die beste Kraft realisieren, wenn wir uns mit uns selbst auseinandersetzen, wenn wir eine vernünftige Identität mit uns haben, mit unserer Familie gefestigt am Leben sind und in der Natur sind etc. Und ich habe das Gefühl, dass wir auf eine gewisse Art und Weise davon getrennt werden sollen, damit wir leichter beeinflussbar sind, weißt du? Weil wenn wir uns nicht mal mehr mit unserem Geschlecht identifizieren können und nicht mal mehr wissen, wie viel Geschlecht da es gibt und wer wir eigentlich wirklich im Kern sind, dann sind wir natürlich auch wie so Fähnchen im Wind, die beeinflussbar sind auf eine gewisse Art und Weise. Und ich habe das Gefühl, dass es auf jeden Fall Menschen da draußen gibt, die einen Vorteil haben, wenn wir Menschen leichter beeinflussbar sind, weißt du? Und deswegen bin ich einer, der sagt, eine gute Basis, eine gute Verbindung mit sich selbst, mit der Natur, mit seinem göttlichen Kern, mit der Familie ist wichtig, weißt du? Und ich glaube halt, dass da viel gegen getan wird. Also du glaubst, es gibt so eine natürliche Ordnung, in die sollten wir uns einfügen. Ich glaube, dass wir als Menschen, wenn wir ohne Beeinflussung leben, dass wir aus der Natürlichkeit, aus der Biologie heraus gewisse Dinge tun und gewisse Dinge nicht tun, weißt du? Genau. Und da gibt es dann aber die geheimen Ex-Menschen-Aliens, die dann, also irgendwer, du hast es gerade so plakativ ausgedrückt, die sozusagen die Natur durcheinander bringen. Die dafür sorgen, dass wir gegen unsere Biologie handeln. Gibt es auch Leute, die das offiziell sagen? Kennst du Juwal Harari? Nee. Das ist so die rechte Hand von Klaus Schwab, WEF. Ah ja. Er stimmt schon. Und der hat da Bücher drüber geschrieben auch und so, dass wir eigentlich nur nutzlose, nutzlose, hackbare Tiere, eigentlich im Endeffekt sind und dass die Entwicklung dahin gehen wird, dass wir eigentlich nichts mehr wert sind. Ja. Aber das ist ja so ein Ding mit, da gibt es diese natürliche Ordnung und die wird gestört von so einer Verschwörung. Das ist ja etwas, das gab es ja auch immer wieder von sehr, naja, keine Ahnung, die Nazis haben das ja auch geglaubt. Ich glaube, es gibt Menschen, die werden es immer wieder versuchen, aber ich glaube halt, dass am Ende des Tages alles gut wird. Ich glaube halt an Gott und ich glaube, dass das Gute und die Liebe immer gewinnen wird. Da können die versuchen, das ist ja vielleicht genau deshalb das Problem, weil das so, also das ist ja, also die Nazis haben zum Beispiel auch geglaubt, irgendwie eine große Verschwörung macht die Kinder schwul und trans. Echt? Ja. Krass. Wusste ich gar nicht. Ja, also die Nazis haben in ihren Vernichtungslagern auch Transmenschen zum Beispiel ermordet. Heftig. Das ist natürlich eine Sorge. Weil die gedacht haben, die sind unnatürlich und die sind ein Produkt von der jüdischen Verschwörung. Das ist krass, das fühle ich natürlich gar nicht persönlich. Ja, und das Argument war eben, die sind unnatürlich. Also die, das ist gegen die Natur, was die sind, deswegen müssen die weg. Ja, das ist halt ekelhaft. Weißt du, wie ich meine? Das ist halt ekelhaft so. Ich bin zum Beispiel so einer, wenn jemand... Ja, aber kannst du vielleicht nachvollziehen, warum da so ein paar sehr rechte Dullis, wie zum Beispiel so ein Kötzer der Neuzeit bei dir da auftaucht? Nicht beleidigen aber, nicht beleidigen, Bro. Kötzer der Neuzeit, der Leo, das ist eigentlich ein ganz lieber so, auch wenn ich andere Meinungen habe teilweise wie er, aber das ist jetzt kein Dulli so, weißt du, muss man jetzt nicht beleidigen. Ja gut, aber der will ja Menschen die Freiheit nehmen. Der vertritt ja auch dann eben so sehr autoritäre Ansichten. So ähnlich wie die Nazis früher eben. Ich dachte, Leo ist jemand, der eigentlich nur Fragen stellt so auf der Straße. Ich habe jetzt noch nie so wirklich Statements, wie das von ihm sind. Ja, aber das ist ja eine Strategie, die ist ja, die kennt man ja. Das ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie... Das ist aber das, was du daraus schließt quasi, oder? Und nicht das, was er wirklich macht. Nö, nö, das ist ja trotzdem so, dass der dann auch eben beispielsweise AfD am Ende unterstützt und so, die ja dann auch wieder solche Ziele haben. Ja, aber lass ihn doch, es ist ja seine freie Wahl. Nö, bei den Nazis endete das ja im Holocaust. Aber wir sind doch tolerant, oder nicht? Ja, aber dafür bekämpft man ja die Intoleranz. Ah. Damit eine tolerante Gesellschaft zusammenkommen kann, können wir alle intolerant. Deren Meinung müssen wir akzeptieren und da müssen wir tolerant gegenüber sein, aber andere Menschen, da dürfen wir die Meinung nicht akzeptieren und denen müssen wir auch nicht tolerant gegenüber sein, weil die sind Nazis, oder? Wenn man ein Fundament hat, das auf den Menschenrechten basiert, klar. Also wenn wir uns darüber streiten, wie hoch die Steuersätze sein sollen, oder sollen wir das Schwimmbad jetzt als nächstes sanieren, oder doch lieber den Spielplatz neu wieder aufbauen. Okay, da können wir verschiedene Meinungen haben, aber trotzdem haben wir ein gemeinsames Fundament. Aber wenn der eine sagt, pass auf, queere Menschen, die wollen irgendwie sich an Kindern vergreifen, solche Sachen verbreitet, was ja buchstäblich bedeutet, man sollte jetzt ganz schnell gegen queere Menschen gehen, weil die vergreifen sich ja gerade an Kindern, dann ist das natürlich ein sehr gefährliches Narrativ, wenn du gleichzeitig auch noch andere rechtsextreme Narrative unterstützt und gleichzeitig irgendwie aufbaust. Ja, das World Economic Forum, das sorgt dafür, dass die Impfung verbreitet wird und das sorgt dafür, dass irgendwie die Natur durcheinander gebracht wird, dann ist das ja einfach das, was damals die Nazis geprüft haben. Ja, genau. Und wenn man dann noch gegen irgendwie eine Impfpflicht ist oder sich nicht impfen lassen möchte, dann ist das natürlich ganz klar, Nazi-Rechts muss gecancelt werden. Darf man nicht erlauben? Also ich finde auch, dass jemand, der eine andere Meinung hat als das aktuelle Narrativ, muss auf jeden Fall gecancelt werden. Also pass auf, ich habe ja auch eine andere Meinung als der Mainstream. Ich bin dafür, dass halt große Konzerne enteignet werden sollten, dass halt mehr Demokratie und mehr Gleichberechtigung herrschen sollte. Das ist jetzt auch nicht so die gängigste Meinung da draußen. Ja, aber ich finde das schon krass, wie du jetzt im Leben hier gerade bist. Teilheiten von Minderheiten sehr wichtig. Ja, 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 ja. Ey, ich meine im Endeffekt, ich finde halt, wir sollten es zulassen, dass Menschen halt verschiedene Meinungen haben. So, weißt du? Und wenn es einen Ketzer der Neuzeit gibt. Ja, klar, aber wenn die eine der Meinung ist, dass alle anderen Meinungen... Es kann ja, guck mal, nur weil ich jetzt zum Beispiel, nur weil ich jetzt zum Beispiel... Bro, jetzt hör mal auf mit dieser komischen Nazi-Sache und versuch uns da nicht in diese... Nee, aber versuch uns nicht in diese Nazi-Ecke reinzudrücken, weil das stimmt einfach nicht. Das ist einfach dein Framing, was du irgendwo übernommen hast und versuchst, uns in diese Ecke reinzudrücken. Nein, 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 ich versuch dich darüber auf... Bro, hör mir mal ganz kurz zu. Wenn ich jetzt auf einer Demo unterwegs bin, wenn ich jetzt sage, Corona kommt um die Ecke, die schränken das Grundgesetz ein, die sagen, ihr müsst euch einsperren, ihr müsst euch impfen lassen, wenn ihr nicht wollt, halt die Schnauze, hier ist eine Bratwurst, so. Und ich sag, nee, da mach ich nicht mit und ich geh auf eine Demo und sag, da steh ich für auf. Und das sind auch Nazis. Bin ich dann ein Nazi? Nicht direkt, ne? Aber schon teilweise. Aber du solltest dich wundern, warum gerade ausgerechnet Nazis dann auch da sind, ne? Gibt's Themen? Also wenn ein Nazi sagt, der Himmel... Wenn ein Nazi sagt, wenn ein Nazi sagt, der Himmel ist blau und ich sag, der Himmel ist blau, bin ich dann ein Nazi? Ja, ist irgendwie keine politische Haltung zu sagen, der Himmel ist blau, ne? Aber zum Beispiel Attila Hildmann ist ja ein Nazi, ne? Ich kenn Attila Hildmann nicht. Ach so, den hast du noch nie von gehört. Natürlich hab ich von dem schon gehört, aber ich kenn ihn nicht. Ja. Also hast du dich nicht mit dem befasst, oder? Nee, ich hab den nie persönlich kennengelernt. Ich weiß nicht, was genau seine Ansehen war. Was hat Attila Hildmann damit zu tun? Ich versteh das nicht. Er sagt halt in Videos, dass die Juden hinter den und den Machenschaften stecken und so. Das ist halt 1A-Nazi-Shit und der hat auch... Ich find das spannend, wie du so von Thema zu Thema springst. Hauptsache, du versuchst irgendwie... Du versuchst irgendwie von mir raus... Du willst irgendwie mich so framen, dass ich ein Nazi bin. Und dass der Ketzer der Neuzeiten ein Dulli ist und auch ein Nazi ist. Ich kann aber auch erklären, dass du dort, dass du sehr vorsichtig eben mit diesen ganzen Natürlichkeitsgedöns sein solltest und gleichzeitig, da gibt's eine Verschwörung, weil... Es ist meine persönliche Entscheidung, was mein Weltbild ist. Warte kurz, lass es mal ausgehen. Es ist meine persönliche Entscheidung, was mein Weltbild ist. Und wenn ich sage und denke, dass gewisse Dinge für uns nicht natürlich sind, wie zum Beispiel den ganzen Tag auf TikTok rumzuscrollen und den Move zu machen und unseren Nacken die ganze Zeit so runterzusetzen... Nee, ist nicht natürlich, Bro. Geh mal rausjoggen. Geh mal einen Baum umarmen. Da sagen andere zu mir jetzt, okay, du bist ein verrückter Mystiker, der Bäume umarmt. Du bist ein verrückter, du hast eine Psychose. Dann sag ich, für mich ist natürlich, als Mann Sex mit einer Frau haben zu wollen. Dann sagst du, ja, das ist ein Nazi. Holocaust. Der will, dass Transmenschen in irgendwelche Lager gesteckt werden und so. Bruf, ich hab mein persönliches Weltbild. Ich sehe Dinge, wie ich die sehen möchte. Und ich lass mir das von dir nicht verbiegen und ich lass mir auch nicht eintrichtern, dass ich ein Nazi bin und dass ich andere diskriminiere. Jeder soll machen, was er für richtig hält. Ich hab mein Weltbild und es wird mein Weltbild so bleiben. Und ich werde das auch entwickeln, wenn Menschen, die vernünftig mir zuhören und mir ein vernünftiges Gespräch führen wollen, nicht so wie du, die mich nicht versuchen, in irgendeine Ecke zu frame und mich irgendwie hinzustellen, sondern sagen, hey, hör mal zu, Leon, ich hab hier und hier Argumente, die würde ich gerne mit dir austauschen, so und so, dann nehm ich das auch gerne an, dann schlafe ich darüber und dann verändere ich mein Weltbild vielleicht auch wieder so, weißt du? Aber ich lass mir von Leuten wie dir nicht eintrichtern, dass jemand, der eine andere Meinung hat, direkt ein Nazi ist und diskriminiert oder irgendwelche Holocaust-Durkungen macht. Ich hab dir gerade eben, nee, 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 keine Stromhahn-Argumente, Leon. Keine Stromhahn-Argumente. Versuch bei dem zu bleiben, was ich sage. So, ich hab dir eben gesagt, es gibt, keine Ahnung, FDP-Politiker sind anderer Meinung als ich. Ja, die haben verschiedene Meinungen zu Steuern, die haben verschiedene Meinungen zu Wirtschaftsregulierung. Die sind anderer Meinung als ich, aber das sind keine Nazis. Ja? Sondern, da ist nicht irgendwer eine andere Meinung und dann plötzlich ist das ein Nazi. Sondern, wenn jemand die Sachen vertritt, die auch damals die Nazis vertreten haben, dann ist das für mich ein Nazi. So, und da, und der Kern der Nazi-Ideologie war nun mal, es gibt da diese natürliche Ordnung und die wird gestört von außen durch die jüdische Weltverschwörung und damals haben die beispielsweise auch dann queere Menschen umgebracht, weil sie der Meinung waren, die sind irgendwo, die sind irgendwo böse, die sind, die gehören nicht in diese Welt, die sind unnatürlich, die sind eine, die sind auch indoktriniert worden durch die Juden und die müssen jetzt ausgerottet werden. So, und das ist zum Beispiel dann sehr gefährlich und wenn ich dann Menschen sehe, die da draußen Stimmung machen gegen queere Menschen, dann kann das eben genau wieder mit Vernichtungslagern enden. Und das wollen wir doch nicht und ich glaube auch nicht, dass du das willst. Und die sind automatisch dann Nazis. Also jede Meinung, die ein Nazi jemals vertreten hat, wenn ein anderer Mensch die vertritt, dann ist er automatisch Nazi. Nein, nein, keine Strohmann-Argumente. Nein, okay, keine Strohmann-Argumente. Sondern das ist der Kern der Nazi-Ideologie. Pass auf, du kannst ja zum Beispiel gerne sagen, hey, Smartphones, das ist nicht gut, wenn man da den ganzen Tag dran hängt. So, ich sag das auch. Vielleicht hat das ein Nazi auch mal gesagt, dann bist du ein Nazi. Wenn ich einen Knopf hätte, auf dem drück ich drauf und dann ist Social Media abgeschaltet, würde ich's machen. Das, was ich aber nicht tue, ist halt irgendwo zu sagen, Smartphones sind unnatürlich. Nein, die Smartphones, die haben wir, die sind da, die sind nicht irgendwie aus einer anderen Dimension. Es ist mir scheißegal, ob die natürlich oder unnatürlich sind. Ich find's halt einfach nicht so gut, wenn man da den ganzen Tag dran hängt. Das ist dann meine Meinung. Ich find das nicht so gut. Man sollte halt nicht den ganzen Tag am Smartphone. Also findest du es natürlich, wenn man den ganzen Tag am Smartphone rumhängt? Nee, mir ist das scheißegal. Ich teile das nicht ein in natürlich und unnatürlich. Also gibt's für dich gar nicht. Unnatürlich gibt's für dich nicht. Guck mal, zum Beispiel, dass du gerade natürlich mit deiner Hautfarbe nicht in Sklaverei lebst, gibt Menschen, die finden das unnatürlich. Die haben das, die Rassisten in den USA haben das damals, haben damals gesagt, die, für die, die natürliche Ordnung ist nun mal Menschen mit einer dunklen Hautfarbe, diesen gehören in Sklaverei. Weil das ist deren Platz. Aber für mich kommt Natürlichkeit aus der Natur und von Gott und nicht von irgendwelchen Ideologien von Menschen. Weil das deine Ansicht ist, deine Idee von Natürlichkeit ist eine andere, die damals die Rassisten hat. Aber am Ende rechtfertigst du eben Dinge mit Natürlichkeit, weshalb, wodurch du ja sagst, das ist praktisch das Einzige, was möglich ist. Ich glaube, das darf auch nicht geändert werden, weil gegen die Natur handeln ist ja wirklich immer, also das ist ja ganz schlecht, das klingt auch sehr böse. Gegen die Natur handeln, also ich glaube nicht, dass das gesund für dich ist. Ich glaube, dass Menschen, wenn wir, ich glaube, dass wir uns gar nicht so verschieden sind. Weißt du, ich glaube, wenn wir ohne Beeinflussung in der Natur leben würden, dann würden wir viele Dinge gleich machen und das meine ich mit Natürlichkeit so. Was kommt aus dir heraus, wenn du in der Natur bist, wenn du mit dem Göttlichen verbunden bist? Das ist für mich natürlich. Und welche Sachen sind alle durch Programmierung und durch Beeinflussung und ich glaube, dass wir in der heutigen Welt halt in der Welt leben, wo sehr viele Menschen durch Beeinflussung denken, dass sie auf eine gewisse Art und Weise, dass sie so sind, wie sie sind, aber vielleicht sind sie gar nicht, wie sie sind. Vielleicht müssten sie sich einfach mal von Social Media trennen, von Fernsehen trennen, von Indoktrination trennen und wieder mehr Zeit in der Natur verbringen und dann wären sie vielleicht ein ganz anderer Mensch und das ist für mich Natürlichkeit so. Und ich glaube, dass wir Menschen, wenn wir ein bisschen mehr zurück in die Natur tendieren würden und mehr Zeit in der Natur wieder verbringen würden, dann würden sich einige Dinge auflösen. So Menschen, die viel Zeit in der Natur verbringen, haben zum Beispiel auch nicht so viel Depression. Die Depressionsraten heutzutage sind extrem hoch und das hat damit zu tun, dass wir nicht mehr so natürlich sind und deswegen finde ich, sowas zu sagen wie lebe in Verbindung mit der Natur, versuche ein natürlicher Mensch zu sein, ist nichts Negatives und hat auch nichts mit Nazis zu tun oder mit Holocaust oder so. Doch, 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 aber das ist okay. Das sind die Sachen, die sind nicht schlimm. Wenn du sagst, ey, geh mal mehr raus und schnapp frische Luft, selbstverständlich ist das gut. Das hat auch nichts mit irgendwo Nazi und sonst was zu tun. Problem beginnt dann, wenn man dann zum Beispiel sagt, hey, diese queeren Menschen, das kann eigentlich nicht sein, das ist gegen die Natur. Hab ich nie gesagt. Weil das endet mit Vernichtungslagern, weil das machst du gegen die. Ja, aber ich kann ja, ich kann ja, ich kann ja zum Beispiel für mich sagen, dass es für mich nicht natürlich ist, auf das gleiche Geschlecht zu stehen, jetzt für mich in meinem Leben, aber kann doch gleichzeitig akzeptieren, dass es andere Menschen gibt, die das nicht so sehen und das anders fühlen. Ja, aber du sagst ja den Menschen damit, sie sind wieder natürlich und das ist eben das, was homosexuelle Menschen immer gehört haben, und naja, die Nazis haben damit die rechtfertigen Christi ausgerottet gehört. Ich würde das halt niemandem aufbinden, so weißt du, wie ich meine. Ich lebe in meiner Realität, ich spreche die Dinge an, die ich für wichtig halte, so ist jetzt auch nicht bei mir Hauptthema, so dass ich jetzt irgendwie jeden versuche, also jemand, der jetzt, ich habe jetzt jemanden kennengelernt, der ist bisexuell und so, das ist jetzt nicht, ich habe mit dem einmal darüber geredet, der hat mir das einmal gesagt, einfach weil er reinen Tisch machen wollte, dann haben wir nie wieder mehr darüber geredet, so weißt du, das ist ja nicht mein Bier, jetzt irgendwelche anderen Menschen einzudrichtern, was mein Weltbild ist, so weißt du, ich konzentriere mich auf mich. Korrekt, aber, aber, zum Beispiel gehört es auch zu einem Bildungssystem dazu, dass wir Kinder und Jugendliche darüber aufklären, dass es sowas gibt in der Welt und dass daraus dann nicht eine Verschwörung oder Agenda gemacht wird, dass da speziell Kinder jetzt gerade indoktriniert werden und wenn sie das nicht hören würden, dann würde es keine homosexuellen Menschen oder so geben. Ne, das glaube ich auch nicht, aber ich glaube, umso mehr sie das zu hören bekommen und umso mehr sie das sehen, umso mehr Potenzial, dass sie eventuell davon beeinflusst werden, ist da auf jeden Fall. Das ist genauso wie mit, keine Ahnung, ich ziehe mir, umso mehr ich mir Sachen, keine Ahnung, Alter, Musikvideos, wo Drogen, Alkohol und Frauen involviert sind, umso mehr ist die Gefahr, dass ich eventuell auch mal Bock habe, daran zu partizipieren. Auch Frauen zum Beispiel, das wäre echt doof, ja. Wie meinst du? Ne, ne, aber es ist, ähm, Frauen wäre doof, inwiefern? Ich habe einen Scherz gemacht. Ah, okay. Wenn man Frauen im Fernsehen sieht, dass man auch Lust auf Frauen hat. Ne, 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 ich rede nicht von Frauen im Fernsehen, ich rede davon, dass, keine Ahnung. Also ich zum Beispiel habe auch gemerkt, dass ich in der Jugend bin ich halt groß geworden mit diesem ganzen Hip-Hop-Rap-Zeug und so und diese Musikvideos und wie Frauen da präsentiert werden teilweise und die Pornos, die ich mir noch parallel dazu reingezogen habe, hat schon so ein bisschen mein Frauenbild auch beeinflusst, weißt du? so und das habe ich dann irgendwann gemerkt, als ich bewusster geworden bin und habe dann wieder angefangen, mich ein bisschen wieder zu verändern, weißt du, dass ich auch nicht nur in dieser sexuellen Rolle sehe und auch nicht die ganze Zeit jage und ja, so, also ich glaube schon, dass was du konsumierst jeden Tag im Endeffekt auch einen Einfluss auf dein Bild haben kann. Glaube ich total, also stimme ich dir zu. Ich sage nur, dass wir dann gucken müssen, dass das irgendwo, dass also nicht mehr, dass irgendwie bestimmte Sachen gar nicht mehr vorkommen oder so oder dass man dann der Meinung ist, da ist eine Agenda dahinter, die das pusht. In Maßen, weißt du. Sondern dass das besser organisiert und reguliert wird, wo eben Kinder und Jugendliche beispielsweise ihre Bildung und sowas herbekommen und selbstverständlich dann auch, Entschuldigung, ja, dass das irgendwo einfach besser organisiert wird, wenn es um die Medien und sowas geht. Dass zum Beispiel da mehr Menschen repräsentiert werden, ist ja auch eine schöne Sache. Was ich halt, wo ich immer, am Ende des Tages übernehme ich selber Verantwortung für mich, mein Leben und dann auch für meine Kinder, so weißt du. Ich finde, die Eltern sind maßgeblich dafür verantwortlich, auch was die Kinder sich reinziehen den ganzen Tag und wie die beeinflusst werden und so. Und ich versuche da einfach, ja, ein Auge drüber zu werfen und zu gucken, dass das alles auch mit rechten Dingen zugeht, so weißt du. Ja. Ja, ja gut, ja, ich halte nicht viel davon, irgendwo zu sagen, die Gesellschaft verroht, weil irgendwie hier und da ist zu viel Sexualität oder da sind queere Menschen zu sehen oder so. Das ist halt auch einfach, ja. Sonst, wie gesagt, ging nie darum, dich als Nazi oder sonst was hinzustellen, sondern es geht darum, dir zu sagen, dass halt natürlich, wenn du da bestimmte Sachen wie eben diese Argumente verbreitest, von wegen, da gibt es diese natürliche Ordnung, die wird gerade gestört von irgendwem von außen, dass das 1A das Narrativ von damals war und du dann richtig wundern musst, dass da diverse Rechtsextremisten kommen, die dann sich denken, weißt du was, bei dir taue ich mal auf und will mal ganz gerne deine Plattform nutzen, um selber mehr gesehen zu werden. Da meinst du jetzt Leo wieder mit, Selbstverständlich. Glaubst du, dass Leo ein Nazi ist? Ja, klar, natürlich. Also so richtiger, so durchtriebener, so, warum würde der dann ein Video mit mir machen? Er würde nicht eine Kameradschaft oder sowas sein, aber nö, am Ende des Tages ist das halt 1A. Aber warum macht der Videos mit farbigen Menschen? Das ist ja dann schon wild, oder? Würde schon widersprechen, so ein bisschen, nicht? Nein. Nein. Nee. Nee? Okay. Nee. Okay. Ich glaube gar nicht, was es damals bei den echten Nazis noch alles gab. Also, dass die alles sich zunutze gemacht haben und mit wem die alles zusammengearbeitet haben und dann war da plötzlich doch der eine Funktionär irgendwie jüdisch und der andere war auch homosexuell und keine Ahnung was. Also da gab es halt alles. Also ich will nur ganz klar hier einmal ganz klar sagen, dass ich nicht denke, dass der Leo ein Nazi ist. Ich habe den damals persönlich kennengelernt. Der wollte für mich arbeiten als Kameramann und das hat leider nicht funktioniert, aber dann hat er irgendwann seinen eigenen Kanal aufgemacht und so. Geile Geschichte, bin ich auch stolz drauf, finde ich cool. Und seitdem sind wir so ein bisschen in Kontakt, der ist ja auch so ein bisschen in der Fitnessszene damals unterwegs gewesen und so. Also hat ganz weh, also er hat überhaupt nichts mit einem Nazi-Seil zu tun. Meiner Meinung nach und ich will das nur einmal hier ganz kurz für die Community einmal sagen, so weil ich glaube, der Typ ist definitiv sehr weit rechts offen. Er hat Ansichten, er hat teilweise Ansichten, wo ich sogar sage, die vertrete ich nicht hundertprozentig, so aber das ist für mich halt auch vollkommen okay. Weißt du, wie ich meine? Also ich kann halt mit solchen Leuten Interviews... Ja, aber nicht mehr nachdem du plötzlich irgendwann im Lager steckt, weißt du, oder andere Menschen, weißt du, das ist halt eben das Problem. Das ist nicht das Gleiche, wie wenn man sich irgendwie übersteuert. Ich glaube nicht, dass der Leo dafür sorgen wird, dass irgendwelche Menschen in Lager gesteckt werden. Ich glaube auch nicht, dass eine AfD dafür sorgen wird, dass irgendwelche Menschen in Lager gesteckt werden. Was glaubst du denn, wie das passiert? Ich glaube nicht daran, dass das so passieren wird. Eine Ahnung, ob das überhaupt noch mal passiert. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch mal passiert in Deutschland gerade. Ob das überhaupt noch mal passieren kann in Deutschland, weiß ich nicht. Ich bin auch nicht so happy mit dieser ganzen Entwicklung, gerade so was Anti-Leute mit Migrationshintergrund und diese ganzen Sachen angeht. Auf der anderen Seite kann ich aber auch Leute verstehen, die das kritisch sehen, dass wir so viele Leute mittlerweile haben, die nicht richtig integriert sind und so. Deswegen, ich bin da so, ich bin nicht so einer, der so extrem, ich sage nicht, dass so ein Leo Ketzer der Neuzeit dafür sorgen wird, dass queere Menschen in Lagern landen und dass er ein Nazi ist, so wie du das sagst. Und ich sage auch nicht, aber ich glaube auch nicht, dass ein paar Leute, die jetzt vielleicht transsexuell sind oder LGBTQ offen sind, dafür sorgen, dass jedes Kind jetzt irgendwann ein Transe wird oder was auch immer so. Das ist für mich, ich bin da so, ich bin da gar nicht so in extremen unterwegs. Ich habe meine Meinung zu gewissen Themen. Ich akzeptiere es, dass andere Menschen eine andere Meinung haben und ich finde es auch geil, mit Leuten mich zu unterhalten, wie mit dir jetzt gerade, aber ich finde es auch geil, mich mit Leuten zu unterhalten, wie mit einem Leo. Ich habe damit kein Problem, weil für mich am Ende des Tages sind wir alle Menschen. Wir gehören zur Menschheitsfamilie dazu. Wir haben verschiedene Meinungen, aber ich glaube schon, dass wir im Kern eigentlich alle göttlich sind und gut sind, so weißt du. Und deswegen finde ich, dass wir miteinander reden müssen. zu begriffen, wie zum Beispiel Transe aufzuhören, weil Julian Reichelt wurde letztens dafür verurteilt. Echt, ja? Ja. Okay. Da hat die Voke Weltverschwörung knallhart zugeschlagen. Das ist crazy, bro. Was darf man noch nicht sagen? Behindert darf man auch nicht mehr sagen, glaube ich. Ich glaube, das wird sogar von behinderten Menschen unterstützt, dass man das sagt. Dass man das sagt oder nicht sagt? Nö, dass man das sagt. Da gibt es einige Menschen, die sagen, ich bin behindert und deswegen wird es nicht passieren. Guck mal, ich habe früher auch mal so, ich habe früher auch zum Beispiel auch mal Schwuchtel gesagt und so, weißt du. Und da muss ich schon sagen, da bin ich so, das war halt Sprachgebrauch bei uns normal, gerade so Rap-Szene, dies, das, bla, 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 hat dazugehört. Aber muss ich jetzt nicht auf Krampf die ganze Zeit sagen? Weißt du, wie ich meine, wenn sich Leute davon angehen? Ich frage jetzt, ob du das als Beleidigung dann eben verwendest, dann ist es natürlich uncool. Also deswegen, da sind natürlich so diese diversen Begriffe und ich wette, da gäbe es auch einige, die dich stören würden, wenn man dich so bezeichnen würde. Aber so oder so. Neger oder so meinst du, wahr? Wahrscheinlich, ja. Ja, da bin ich auch, da sage ich auch, da habe ich eine persönliche, da habe ich eine History so, weißt du, ich wurde ja früher auch mal rassistisch irgendwie verfolgt und so und deswegen, wenn jemand neben mir, ich bin aber auch, weißt du, das hat schon mal jemand neben mir dann auch gesagt und so, weißt du, und dann sage ich aber auch erst mal, ey, Bro, ist nicht so geil, weißt du, und appelliere dann halt auf Menschlichkeit so und sage dann, ey, Bro, fühlt sich nicht so geil an, kannst du damit aufhören? Ja, dann kannst du ja, dann hast du wahrscheinlich auch die Empathie, um dann andere Menschen zu verstehen in der Situation. Ähm, was ich zum Beispiel, aber eine Sache will ich noch sagen, was ich nicht machen werde ist, was ich nicht machen werde ist, wenn einer, wenn jetzt, sagen wir mal, ein Mann kommt zu mir und sagt, er ist eine Frau und er möchte jetzt von mir, dass ich ihn als Frau anspreche. So. Da bin ich zum Beispiel, da bin ich zum Beispiel, da sage ich, wir müssen, ich kann dich auch gerne ohne Geschlecht ansprechen oder so, aber ich werde mich selbst nicht anlügen, weißt du, in meiner Welt gibt es Mann und Frau. In meiner Welt kann ein Mann nie eine Frau werden. Du kannst gerne dich als Frau verhalten, dich als Frau verkleiden und dich so fühlen und so, da habe ich kein Problem mit, aber du wirst nicht aus meinem Mund hören, dass du eine echte Frau bist, so. Und ich finde nicht, dass das diskriminierend ist oder negativ ist oder dass ich ihn damit beleidige, so. Es ist einfach, ich will meine eigene Reaktion, Realität nicht, also ich will mich nicht selbst anlügen, damit es jemand anderem besser geht und dann in einer Lüge leben, so, weißt du. Ja, aber wie gesagt, dass das gelogen ist oder dass das dann unnatürlich ist oder so, das ist halt dein, einfach dein Weltbild. Genau. Aber das darf ich ja haben. Das darf ich ja haben, oder nicht? Ja, aber das ist eben deswegen so, dass man vielleicht genau deshalb akzeptieren müsste, dass es trotzdem echt ist, weil es für die Person zumindest echt ist. Also du... Und dass man das dann akzeptieren kann, so, weil man tut, man tut das ja selber nicht weh. Also zumindest... Ich glaube schon langfristig. Also ich glaube langfristig... Bei dir selber tut das nicht weh, wenn du da... Doch, ich glaube schon. Ich glaube langfristig tut mir das weh, wenn ich mich selbst anlüge. Ja, weil das eben diese Idee ist, da wird die Natur irgendwie gestört. Nee, 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 weil ich einfach nicht... Das ist mein aktuelles... Das ist mein aktuelles... Es geht gar nicht um die Natur. Es ist mein aktuelles Weltbild, was ich jetzt gerade habe so. Das geht nur darum. Es geht nicht um die Nazis, es geht nicht um Holocaust, es geht nicht um irgendwas anderes. Es geht einfach nur darum, dass ich... Mein aktuelles Weltbild ist, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Und wenn ich jetzt sage, dass es das nicht gibt und wenn ich jetzt dich als Frau bezeichne, obwohl du ein Dude bist, dann lüge ich mich selbst an und dann lebe ich langfristig in einer Lüge. Wenn ich das langfristig tue. Ja, aber wie du schon selber sagtest, du bist selber kein Wissenschaftler und wir haben die Wissenschaft. Und die Wissenschaft sagt nun mal, Menschen sind viel komplexer, man kann nicht definieren, was ein Geschlecht ist und was nicht. Man kann da keine Grenzen ziehen. Ja, äh, äh, äh. Das ist nun mal das, was... Und das ergibt total viel Sinn, weil du kannst es einfach nicht definieren. Weder mit Chromosomen, da gibt es Ausnahmen, weder mit Geschlechtsteilen, da gibt es Ausnahmen. Was denkst du, wie viele Geschlechter gibt es ungefähr? Die haben wir Menschen... Nee, am Ende des Tages ist jeder Mensch, wenn überhaupt, sein eigenes Geschlecht. Also seine eigene Ethnie, seine eigene Kultur. Menschen sind Individuen. Also gibt es acht... Wie viele Menschen? Das ist dann einfach jeder Mensch. Und wir als Gesellschaft, wir teilen dann eben aus praktischen Gründen ein. Und am Ende hast du dann vielleicht ein Spektrum oder so, aber am Ende ist das alles von uns einfach so, damit es praktisch ist für uns. Ja, ja. Mann, Frau als Kategorien, das ist halt praktisch. Praktisch. Aber wenn es halt Ausnahmen gibt, dann müssen wir halt überlegen, okay, wie passen wir das an, damit wir irgendwo immer noch die Freiheit von jedem Menschen respektieren und dann auch jeder Mensch frei sein kann. Ey, ich würde gerne noch weiter mit dir reden. War ein geiles Gespräch. Ist auch interessant. Macht auch Spaß, so zu diskutieren, auch mit jemandem, der eine andere Ansicht hat und der auch so ein bisschen trollmäßig unterwegs ist. Challengt auch so, weißt du? Und deswegen können wir das gerne nochmal wiederholen. Ich würde gerne noch weiterreden, sage ich dir ehrlich, aber das war jetzt, glaube ich, genug. Ja, ich muss auch langsam ins Bett und mal duschen und muss morgen arbeiten. Deswegen wollte ich auch langsam Schluss machen. Und ja, ich bedanke mich für deine Zeit. Ich mich auch. War ein guter Tag so. Bestimmt. Ja, ja. Bleib stabil, ne? Gute Nacht, gute Arbeit morgen und vergesst nicht, I love you, man. Selbstverständlich. Wakanda forever und so. Ich küss deine Zähne drüben. Das kommt jetzt so rüber, als hätte ich das wegen der Outflow gesagt. Nein, das sage ich eigentlich nicht. Ja, Digga. Da kommt der Nazi raus am Ende, Digga. Ich küss dein Herz. Genau, jetzt kommt es raus. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es, ja. Mach's gut, Bro. Bis dann. Ich küss deine Zähne drüben. Also doch ein Nazi. Wusste ich doch, Digga. Da hat sich sein wahres Gesicht gezeigt am Ende. War? Ich habe schon so ein bisschen damit gerechnet am Anfang. Ich habe schon so ein bisschen damit gerechnet, dass es eventuell in so eine Richtung reingehen wird. Aber es ist am Ende des Tages auch nicht schlimm. Weißt du, wie ich meine? Es ist okay. Es gibt Menschen, die eine andere Meinung haben. Es gibt Menschen, die gerne triggern, gerne trollen und so. Gerade bei mir, weil ich bin halt auch ein emotionaler Dude. Und man schafft es auch manchmal, mich so aus meiner Reserve zu locken. Und deswegen ist es auch ein gutes Training für mich, schön in meiner Mitte zu bleiben und stabil zu bleiben. Ich glaube, ich habe das schon geschafft teilweise. Manchmal bin ich ein bisschen emotional geworden. Aber am Ende des Tages glaube ich trotzdem, dass es ein vernünftiger Talk war. Ich werde es hochladen. Ist mir auch egal. Auch wenn sich Leute vielleicht lustig dann wieder machen oder was auch immer. Was ich halt immer schade finde, dass man, wenn man verschiedene Meinungen hat und mit diesen Leuten, das ist mir jetzt schon öfter passiert, dass man mit denen nicht so richtig ernst reden kann, sondern dass sie ab einem gewissen Punkt immer versuchen, extrem entweder dich zu trollen, dass die versuchen, dich irgendwie, also dass die einfach nur Scheiße labern so, oder halt extrem versuchen, dich irgendwie zu framen so. Dass sie dich in eine Ecke reindrücken wollen, wie so Nazi oder Holocaust und Judenverschwörung und solche Wörter mit einmischen, damit die irgendwie, die versuchen, dich immer irgendwie zu kriegen. So, weißt du? Ich verstehe das nicht richtig, weil ich bin zum Beispiel nie so. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann versuche ich einfach nur, mit dem mich zu unterhalten, Meinungen auszutauschen und zu gucken, was geht hier ab, weißt du, wie ich meine? So. Aber diese Leute versuchen immer extrem, eins von diesen beiden Mechanismen anzuwenden, um dich irgendwie lächerlich zu machen oder dich irgendwie hinzustellen oder dich irgendwie irgendwas aus dir rauszuholen, und irgendwas Ekliges so. Weißt du, wie ich meine? Verstehe ich nicht. Warum man nicht einfach ganz normal reden kann und warum man so diesen Trollfilm und diesen Framefilm so extrem anschmeißen muss. So, weißt du? So. I don't know. Aber ist, wie es ist. Ich liebe euch. Ich lade es bei YouTube hoch. Auf jeden Fall lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentarchen. Eure Meinung interessiert mich natürlich. Liebe geht raus an dich. Zuschauer, wir sehen uns. Macht's gut. Raid. Raid von wem? Von wem? Ah, von ihm selber. Ich küss dein Herz, Dara. Danke für dein Raid. Du Nazi. Ich küss dein Herz, Dara. Danke für dein Raid. 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 Vielen Dank.